Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier! Guten Abend aus Hamburg! Ja! Herzlichen Dank im Kukun zum Tag der Auchelentier! Ein Wunderchen und guten Abend hier in Kukun an der Bar. Wir begrüßen uns diesmal, das ist ganz nett, um uns kümmern sich Vicky und Laura hinter der Bar. Hallo Vicky, hallo Laura, schön, dass ihr von uns da seid. Und ich treffe ja gleich meinen ersten Gast draußen, da würde ich gerne schon mal Getränke bestellen. Für mich, Überraschung, ein Kubalipo und bitte ein Alster, das wäre schön, vielen Dank. Und draußen steht, ja, was soll ich sagen, das Testimonial der Barkassenräder, der Jogi Löw von den Landungsbrücken, der Österreicher mit Hafenpatent, Barkassenmeier-Chef Hubert Neubacher. Einen schönen guten Abend, Hubert! Ja, schönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen, ich freue mich auch, wir freuen uns auch. Ja, kannst du damit was anfangen? Mit Testimonial der Barkassenräder mit Jogi Löw der Landungsbrücken? Ja, muss ich ja jetzt. Also es hat mir tatsächlich jetzt vor kurzem ein langjähriger Kollege, der hat mich so genannt, der ist 75, ist also ein paar Jahre länger im Geschäft, so doppelt so lange wie ich. Und der hat mir letztens erzählt, weil wir ein sehr junges Team haben im Moment, ganz viele junge Schiffsführer und Schiffsführerinnen, die echt einen coolen Job machen. Und der hat mir mal gesagt, ja, du bist ja der Jogi Löw von den Landungsbrücken. Also ich fördere den Nachwuchs, den brauchen wir in dem Bereich auch und ich finde, es könnte schlimmer sein. Ne, also absolut, also ich hoffe, dass Nivea noch auftaucht, jetzt haben wir Schleichwerbung gemacht und Angebot macht. Aber trotzdem, du bist jetzt nicht optisch so der absolute brummige Seebär. War es am Anfang schwierig, also zu der ganzen Geschichte kommen wir noch, aber bist du so auch auf Vorurteile gestoßen? Naja, ich bin jetzt auch über 20 Jahre dabei, aber ich bin mit Anfang 20 eingestiegen, bin aus der Hotellerie raus und zu Bad Kastenmeier gekommen. Da war ich, sah ich noch jünger aus als heute, würde ich mal sagen. Und es war schon so, dass ich mich da hocharbeiten musste. Ich musste schon viel leisten, damit man da auch eine Anerkennung kriegte, gerade auch von den Kollegen, die langjährig da waren, auch die alten Schiffsführern, die auch... So hören? Ja, okay. Ne, ich musste halt ein bisschen fleißig was tun und das hat ja auch funktioniert. Also nicht sofort mit allen per Du, sondern die waren wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Was erwartest du denn von deinen Leuten? Eigentlich den gleichen Einsatz wie von mir selber, was ein bisschen hoch ist vielleicht. Nein, ich möchte, dass die Spaß bei der Arbeit haben, dass sie unseren Gästen, die an Bord sind, eine gute Zeit bereiten und auch eine Qualität liefern. Das war mir immer ganz wichtig. Natürlich, als ich vor 23 Jahren da eingestiegen bin, habe ich echt gedacht, man musste dieses Image von Bad Kasten ein bisschen verjüngen. Wir müssen es ein bisschen frischer machen und das war auch immer so der Ansatz. Und es muss die Qualität stimmen. Klar, Helücht steht im Raum, das ist unser Image und das pflegen wir auch nach wie vor. Aber heutzutage, wo der Tourismus so gewachsen ist und wir so viele Gäste haben, kann man nicht mehr nur Quatsch erzählen. Also die Qualität muss stimmen, die Daten müssen stimmen und die Fakten, die man erzählt. Und wenn das alles klappt und dann noch ein kleiner Spruch mit auf den Lippen misst, dann funktioniert das gut. Und für die Zuschauer nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich, Helücht heißt natürlich, er lügt. Darf gelten, aber muss nicht unbedingt. Und jetzt springen wir zurück und wir springen aber erstmal hier rein an die Bar, denn da warten jetzt glaube ich unsere Getränke. Rutsch mal durch. Ah doch, da sind sie gerade. Hier, guck mal. So, und jetzt machen wir es umgekehrt. Genau, und stoßen erstmal an und mit allen hier weiteren und mit den ganzen Zuschauern, Prost, Prost. Ja, schön, dass du da bist. Prost allerseits. Der ist richtig gut. Danke an die Bar. Also, ich habe schon gesagt, Österreicher mit Hafenpatent, du kommst aus der Steiermark. Ich muss es ablesen, aus Haus im Ensttal, das ist korrekt, immer nur nicken, genau. Du bist der älteste von drei Kindern, der Vater war Maschinist bei der Seilbahn Klassiker und auf dem Stundenplan stand Skifahren. So, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, das Leben in der Steiermark, wie war das damals? Also, ich hatte, ich würde sagen, eine super Kindheit, weil ich also tatsächlich mitten in den Bergen aufgewachsen bin. Das Dorf, also Marktgemeinde Haus, wo ich heute immer sage, Haus wie Gebäude, damit jeder weiß, was ich meine, heißt wirklich Haus. Und wir waren am Lohndorf weiter, das hieß Enssling, das waren zehn Häuser. Und da bin ich aufgewachsen. Und da ging wirklich quasi die Skipiste ans Haus ran und die Freizeit war Skifahren im Winter, definitiv. Im Sommer draußen auf den Bergen, ich glaube auch heute noch, vieles, was ich an Natur und Wissen so mitgekriegt habe, kommt aus der Kindheit. Und wir hatten es da wirklich schön. Ich glaube, die haben es heute dann auch noch schön. Also, ich glaube, meine ganze Familie, meine Neffen, die da wohnen, haben da eine gute Zeit. Gut, ich musste in die weite Welt und bin dann in Hamburg gelandet. Wir finden das ja gar nicht schlecht. Du hast dann eine Ausbildung gemacht, also erstmal Handelsschule und dann Ausbildung zum Kellner. Und du bist nach Lech in das kleinste Luxushotel Österreichs. Das ist der Hotel Gasthof Post. So, ich frage mich jetzt, also es ist ja ein hoch angesehener Beruf auch in Österreich. Also hier wird es eigentlich viel zu wenig gewürdigt, finde ich. Und stell mir aber beim Österreicher mal vor, dass es so ein Wiener Schmäh gibt. So, ja mei, ich bringe Ihnen den, ich weiß nicht, den Kaffee. Gibt es einen Lecherschmäh und kannst du den nachmachen? Nein, also so einen speziellen gibt es nicht, aber so, das glaubt mir die Frau und wie geht es Ihnen und alles gut und passt schon. Und so, das ist das Normale. Also der Wiener Schmäh ist eher das, was gemeint wird. Das haben wir in den ländlichen Gebieten ja nicht so, weil Wien ist ja nicht wirklich so Österreich, sage ich mal so. Da sind wir doch ein bisschen anders auf dem Land, darf ich mir nicht so sagen, aber ich habe es damals so gefunden. Und Lech war einfach auch eine tolle Zeit und ich habe, glaube ich, in einem jugendlichen Leichtsinn da meine Ausbildung gemacht, habe da viel Freude dran gehabt. Und ich glaube, das liegt mir heute noch im Blut, weil ich halt gerne Leuten was Gutes tue so. Und ich bin gerne Kellner gewesen. Und es stimmt, ich freue mich, dass du das so sagst, weil ich das auch immer erwähne. Es ist ein ehrbarer Lehrberuf, Kellner zu sein, wenn man es richtig lernt. Das hat nichts mit Kaffeehaus oder sonst was zu tun. Also wenn man das wirklich lernt, um guten Service bieten zu wollen, dann ist das ein toller Beruf. Und ich sage das heute noch mit Stolz, weil es hilft mir heute noch durchs Leben. Ein paar Manieren habe ich auch noch mitgekriegt davon. Und Restaurantfachmann ja hier im Norden genannt. Ich sage immer noch gerne, ich bin gelernter Kellner. In Lech hattest du auch unter anderem mit der niederländischen Königsfamilie zu tun. Das ist für mich so aufregend, denn ich habe früher Sammelmappen gehabt von unterschiedlichen Königshäusern. Zwar nicht vom niederländischen, aber Schweden. Und ja, dann noch Prinzessin Diana und Carolin von Monaco. Aber wie war es denn mit den niederländischen Prinzen oder wie ist das mit der Familie? Sind die cool, nett? Nee, die sind im ähnlichen Alter. Von dem her waren die einfach mit. Und die Familie ist ja seit vielen, vielen Jahren da im Skiurlaub. Ich habe eher viel Zeit mit den Senioren verbracht. Also die Prinzessin Bernhard und Prinzessin Bernhard und was kann ich wie die Prinzessin jetzt nochmal hieß. Also die Senioren, die Großeltern haben im Hotel gewohnt. Und die Königsfamilie selber natürlich im eigenen Haus. Sind im Regeln bis zum Essen gekommen. Aber es war schon cool, weil die Jungs waren ja auch dann um Anfang 20. Die sind da in der Disco gewesen. Mit denen hat man auch mal ein bisschen gefeiert. Wird sich heute keiner mehr daran erinnern, außer ich vielleicht, dass das ganz schön war. Und ja, bedauerlicherweise auch der eine Königssohn, der ja verstorben ist, der tatsächlich mit dem jetzigen Hoteldirektor, der auch in meinem Alter ist, der Sohn der Familie, da zum Skifahren war und dann in diese Lawine geraten ist. Also obwohl ich weit weg bin, über 20 Jahre da weg bin, ist die Verbindung durch solche Geschichten natürlich immer noch ganz eng. Du wurdest aber aus Lech weggeworben von Gastronomen nach Norderney. Sagte dir das damals was? Nein. Du warst also auf Norderney und hast dort an der Bar gearbeitet. Bist du endlich nach Norddeutschland gekommen und über den Norden dann auch Bremen kennengelernt und Hamburg, ich fasse mal zusammen, hast dich für Hamburg entschieden. Und hier gestartet bist du im Renaissance Hotel und die haben das Catering gemacht für Bar Kassenmeier. Und da gab es dann sozusagen die ersten Begegnungen und dann rief man eigentlich quasi nach dir, oder? Ja. Gut, danke. Das war die Frage, das war die Antwort. Nein, es war ein bisschen anders. Also es war natürlich Glück dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Renaissance Hotel war so die erste Station. Und ohne das Hotel, glaube ich, hätte ich es gar nicht geschafft, länger in Hamburg zu bleiben, weil als Österreicher damals noch totales Ausland, nicht in der europäischen Gemeinschaft. Also ich habe dann auch auf der Auslandbehörde durchaus einiges miterlebt. Ich musste da auch dreimal hin, wusste dann morgens um vier anstehen, Schiedelhaus dreimal um die Ecke, noch ein Buch mitnehmen, damals noch ein Walkman und so weiter. Das war 1994, ne, und ist seit 1995 in der EU. Ja, das war dann schon anstrengend. Und das Renaissance Hotel hat dafür gesorgt, dass ich dann bei Mayer gelandet bin, weil ich dort meine ersten Einsätze auch wieder als Kellner hatte. Ich war also im Banketservice eingesetzt und durfte dann immer in der Uniform vom Hotel da raus, habe das Catering gemacht. Eine gewisse Zeit lang, bis ich dann auch das aufgegeben habe, habe gesagt, ich mache das nicht mehr, ich bereite das alles vor. Ich habe mich auch im Hotel dann gut hochgearbeitet und habe gesagt, Catering machen, auch da jetzt in die Runde gesagt, ist auch ein hammerharter Job. Großer Respekt vor jedem, der ein Catering macht. Bevor es losgeht, hast du viel Arbeit, dann ist die Feier, dann musst du den ganzen Quatsch auch wieder nach Hause fahren. Also von dem her, das sind alles so Berufe, die eigentlich ganz viel Energie von den Menschen abfordern. Naja, und dadurch bin ich dann also nicht mit großem Hallo zu Bar Kassenmeier. Der Wunsch meiner damaligen Chefin war eigentlich, die Assistenz, die Sekretärin der Veranstaltungsabteilung zu bekommen, weil mit der hatte sie ganz viel zu tun. Du warst zweite Wahl. Genau. Wie haben sie dich begrüßt? Naja, ich habe dann einfach, das habe ich viel später dann erfahren von meiner damaligen Chefin, dass sie sagt, naja, okay, was soll ich machen? Und die Bar Kassenmeier hatte gerade ein zweites großes Fahrgastschiff, also sechs Fahrzeuge damals und da war echt Not am Mann. Und dann bin ich da halt hin und mein Wirtschaftsleiter hat gesagt, stell dich mal vor mit Bar Kassenmeier. Und Frau Juncker, meine liebe Chefin, hat mir irgendwann dann gesagt, naja, es war halt eng, ich brauchte jemanden. Ich sage, ja, ich nehme halt mal das Kind. Wie niedlich. Es war wirklich so. Gut, ich habe mit 21 tatsächlich auch noch ein bisschen sehr jugendlich ausgesehen. Also ich glaube, du bist darauf aus, dass ich dir sage, dass du immer noch jung aussiehst. Du hast es am Balkon schon gesagt, siehst fantastisch aus und pass auf, du hast dich da nämlich unentbehrlich gemacht bei Bar Kassenmeier und es war schon so eine ganze Zeit lang im Spiel, ja, wird dann erst Assistent und vielleicht irgendwann Geschäftsführer und eines Tages kam es zu folgender Geschichte, die Peter und ich sehr erstaunt hat. Ja, die sich immer so ergeben hat und die erzähle ich gerne. Wie jeder Hamburger weiß, der Hafengeburtstag ist immer nach dem 8. und 9. Mai, also immer so Mitte Mai. Und ich habe am 16. Geburtstag, das heißt immer eine Woche danach ungefähr. Und als ich so 25 war, habe ich mich ganz gut eingearbeitet und dann kam irgendwann langsam so aufs Tablett, dass meine Chefin meinte, weißt du was, wenn du 30 bist, dann höre ich auf. Sag ich, ja, alles gut, das hat man dann so hingenommen, das ging dann die ganze Zeit so. Und tatsächlich dann, kurz vor meinem 30. Geburtstag, am Hafengeburtstag, das Geschäft lief, wie sich jeder vorstellen kann, Freitag bis Samstag, die Hütte ist voll, Sonntagnachmittag, es lässt dann langsam nach, die Auslaufparade läuft, die Flotte ist unterwegs. Ich saß meiner Chefin acht Jahre gegenüber, sagt sie mir dann plötzlich so, so, ist alles durch, ich gehe dann jetzt mal. Ich sage, ja, ich habe noch zu tun und Kasse zählen und so weiter und so, ja, schönen Feierabend und so. Nimmt die Handtasche und sagt, jo, ich gehe dann jetzt, ne? Sag ich, ja, habe ich ja verstanden, ist ja gut, ich habe hier noch zu tun. So, und es dauerte dann so fünf Minuten ein bisschen und sagt, ich glaube, du kapierst jetzt nicht, du hast doch nächste Woche Geburtstag, du wirst doch 30, ne? Sag ich, ja, ja, dann gehe ich jetzt mal, ne? Und dann tickerte das bei mir so. Sag ich, okay, ja, sag ich, dann wünsche ich jetzt trotzdem schönen Feierabend. Und dann hat Frau Juncke wirklich die Handtasche genommen, ist aus dem Büro rausgegangen und ist seitdem nie wieder dort erschienen. Wirklich, die hat sämtliche Kontakte abgebrochen, auch gute, enge Geschäftsfreunde waren erstaunt und auch nicht ganz so glücklich drüber, dass sie wirklich gesagt hat, ich bin jetzt raus. Hat aber im Nachhinein auch wieder für mich, ich habe es dann gemerkt, alles so schlau eingefädelt, und es haben sonst kaum jemand mitgekriegt, weil ich war schon so eingeführt, es hat schon fast jeder gedacht, ich bin der Chef, dass die wenigsten mitgekriegt haben, Frau Juncke ist gar nicht mehr da. Unfassbar. Du warst seitdem dann Geschäftsführer und seit 01.01.2013 bist du alleiniger Inhaber. Ja, mal sehen, ob die sich irgendwann nochmal blicken lässt, wir wissen das nicht. Heute ging was Neues durch die Presse und zwar bist du immer dabei, ganz viel an dem Portfolio, wie du es nennst, zu basteln und es gibt Kunstschiffe und Konzerte auf Schiffen und vieles mehr Lesungen. Und jetzt gibt es demnächst einen Dialog im Stillen. Also was ist neu auf der Markasse? Ja, da bin ich auch ganz stolz drauf. Also wir hatten heute einen ganz tollen Termin. Wir haben mit dem Dialoghaus, also Dialog im Dunkeln und Dialog im Stillen, eine Kooperation, weil ich vor ein paar Monaten auf die Idee gekommen bin oder gemerkt habe, es gibt keine Hafenrundfahrt für Gehörlose. Die können nicht mitfahren, die verstehen ja nicht, was erklärt wird, die sehen zwar alles, aber es wird ihnen nichts erklärt. Und dadurch sind wir in Kontakt gekommen, habe ich das Dialoghaus angesprochen, gesagt, wollen wir nicht, wie sieht es denn aus? Ja, und das ist das neue Projekt, eines davon jetzt in dieser Saison, dass ich tatsächlich jetzt, wir haben einmal eine nonverbale Hafenrundfahrt ab Ende Juli im Programm. Nonverbal heißt für hörende Gäste, also für uns alle, übersetzt mit Gestik und Mimik, was mit ganz viel Schauspielerei zu tun hat. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das super, weil auch ich musste ja diese Hürden jetzt überwinden und sagen, okay, was machen die denn da? Also es ist echt Schauspielerei, was die da bringen, auch wenn man da mal ins Dialog im Stillen geht und sich das anguckt. Und die zweite Variante ist tatsächlich eine Hafenrundfahrt nur in Gebärdensprache. Und was ich super finde, wenn da einer mitfährt, der die nicht kann, dann versteht der nämlich nichts. Und das kommt jetzt, das haben wir heute rausgeschickt an die Presse und alle, und ich freue mich, dass ich das hier darstellen darf. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ding für die Barrierefreiheit, an der wir auch fleißig arbeiten. Ist am Hafen und mit Schiff natürlich nicht ganz so einfach, weil da ist immer eine Hürde, du musst immer aufs Schiff kommen irgendwie und irgendwie was machen, damit jeder bedient wird. Und das ist ein Baustein, auf den ich eigentlich ganz stolz bin. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg dafür. Lieber Hubi, wir sprechen uns gleich noch, das tun wir gleich noch. Und wir beide geben jetzt aber ab an die Bühne, dazu gibt es Musik, und zwar Winchester und Tomate. Bis hierhin. Musik Mich persönlich begleitet er seit nunmehr 20 Jahren an ausgesuchten Abenden vorzugsweise im Mai. Denn er ist die deutsche Stimme beim Eurovision Song Contest in der ARD. Herzlich willkommen bei Talk.Dot, Peter Urban. Hallo. Und du, Peter, bist noch so viel mehr als die deutsche Stimme und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Wir beginnen am Anfang, bei der Geburt. Ja, das will man ja wissen. Woher kommt denn dieser Mann, der uns mit seiner Stimme bezirzt im Radio und im Fernsehen? Du kommst aus dem Osnabrücker Land. Ja, genau. In Niedersachsen. Ich bin noch zu Hause geboren, in der Wohnung. Es war 1948. Da war das mit Krankenhäusern noch nicht so toll und so. Da bin ich da geboren in einer kleinen Stadt, die Bramsche heißt. Das ist aber nicht so richtig meine Heimatstadt. Mit 10, 11 Jahren sind wir nach Quakenbrück. Oh, wie schön. Quakenbrück. So lautmelodisch. Gezogen und da bin ich aufgewachsen zu der Schule gegangen. Meine erste Band gehabt. Messdiener gewesen, Pfadfinder. Ich habe gelesen, dass Johannes auch in der DPSG irgendwo ist. Und darüber können wir nachher noch mal länger reden. Ich war auch irgendwie Stammesführer der DPSG. Bei der DPSG, was ist das? Katholische Pfadfinder. Ach, das müsste ich aus Bayern eigentlich wissen. Ja, müsstest du. Ich war noch nicht mal Westdiener. Aber jedenfalls bin ich da aufgewachsen, bin aber mit 18 dann weg. Sag mal, wie war denn das Familienleben? Du hast ja wahnsinnig viel im Musikjournalismus gemacht. Wie musikalisch war eigentlich deine Familie, dein Elternhaus? Die waren sehr musikalisch. Also es wurde musiziert. Meine Mutter spielte Piano. Ich musste auch Piano lernen, habe das aber nur zwei Jahre gemacht. Dann hatte ich die Schnauze voll davon und habe dann selbstständig gespielt und konnte nicht mehr die Etüden spielen. Das war zu anstrengend und nervig. Und dann haben wir zu Hause Musik gemacht. Mein Vater spielte auch Geige. Mein Bruder spielte Geige und Gitarre. Ich spielte früh in einer Jazzband. Da war ich 14, spielte Piano in einer Jazzband. Also wir hatten sehr, sehr viel Musik zu Hause. Aber ich war so ein bisschen der Aussätzige, weil ich eben auf einmal andere Musik hören wollte. Wie anders war die? Ja, also ich habe dann abends im Bett mit kleinen Radioempfängern englische Piratensender gehört, um eben die neuen Klänge aus England zu hören. Und da war John Peel schon als Discjockey da zu hören auf Radio London. Und das war so mein Ding. Ich bezog den NME, den Musical Express, die englische Popzeitschrift, per Abonnement nach Quarkenbrück. Also ich war schon voll informiert. Warst du der einzige Abonnent da? Da war ich erst 17 oder so. Warst du der einzige Abonnent dann in Quarkenbrück? In Quarkenbrück bestimmt, ja. Du warst dann auf zwei Gymnasien, eins in Osnabrück und Quarkenbrück. Haben sie dich da rausgeschmissen oder war das wegen des Umzugs? Nein, 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 ich musste wegen des Umzugs. Ich war am Anfang im Karolino in Osnabrück und dann auf dem Artland-Gymnasium. Das ist das einzige Gymnasium in Quarkenbrück, logischerweise. Eine Stadt von 12.000 Einwohnern hat auch nicht mehr. Du bist wann nach Hamburg gekommen? War das gleich danach, nach Quarkenbrück? Ja, ja, 1966. Die Bundeswehr wollte mich nicht, glücklicherweise. Und deswegen bin ich gleich direkt nach Hamburg. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich in Münster studiere. Das ist ja dann entweder näher dran und auch, sagen wir mal, nicht so wild. Das ist ja auch Ihr Job, dass Sie den so weiß ich haben. Und dann habe ich aber gesagt, ja, ich will aber unbedingt nach Hamburg, weil ich hatte da schon mal kurze Besuche gemacht und fand das großartig. Ich fand es einfach auch, ich fuhr die Alster lang, die Außenalster und war einfach gleich verknallt, wollte unbedingt hier hin. Und habe aber gesagt, okay, Kompromiss, ich ziehe in ein katholisches Studentenheim. Nein, YMCA! Ja, nicht so, nicht was du wieder denkst, nein. Ach so, ich denke gar nichts. Aber es ging auch da schon ziemlich wild. Aha, das interessiert uns, Peter Orban. Aber es war eben am Anfang ein Doppelzimmer, später dann Einzelzimmer. Aber es war auch die Zeit, wo man dann, wenn man an der Grindelallee runterging, dann gab es da so eine Kneipe, Charleys hieß, die da verkauften die Haschischplatten auf dem Bürgersteig draußen. Und das war nicht weit von unserem Heim. Und wenn ein Damenbesuch, der natürlich nicht erlaubt war, dann da war, dann mussten die sich schnell in der Toilette verstecken und dann durchs Kellerfenster unten durch die Tür wieder raus. Also es war aufregend. Ich bin ganz atemlos, ehrlich gesagt, bei diesen Erzählungen. In Bayern gab es das dann. Ja, das stimmt. Diese Bilder im Kopf. Peter, Mensch, Haschischplatten und Frauen, die durch Keller schleichen. Du hast Universität hier besucht und hast Lehramt studiert. Ich lese ab Anglistik, Soziologie und Geschichte. Aber hast du jemals gelehrt? Ich habe nur mal ein Praktikum gemacht, aber ich habe das erste Examen gemacht. Dann habe ich nicht die Referendarzeit gemacht, bin also nicht Lehrer geworden, sondern habe eine Doktorarbeit geschrieben. Das dauerte dann so zwei, drei Jahre und habe dann aber schon angefangen als Journalist und als Radiomensch zu arbeiten. Und da war das Lehramt dann nicht mehr so interessant. Und das ist jetzt ganz wichtig, meine Damen und Herren, hier im Korkun und da draußen. Da sitzt Dr. Pop, Peter Urban. Denn er hat promoviert über Texte anglo-amerikanischer Populärmusik. Der Buchtitel war Rollende Worte, die Poesie des Rock. Das stelle ich mir wahnsinnig komisch vor, das so zu schreiben. Ja, also es war irgendwie auch ungewöhnlich damals, weil ich schon im Hauptseminar Anglistik habe ich schon über Beat Poets, Pop Poets geschrieben. Das kannte mein Professor alles gar nicht. Meine Examsarbeit habe ich über Ray Davis von den Kings geschrieben, der ganz tolle, sozialkritische und auch sehr ironische Texte geschrieben hatte. Das kannte mein Professor auch nicht. Aber er ließ mich einfach machen und als wir das Examen durch hatten, sagte er, machen Sie doch daraus eine Doktorarbeit. Und dann habe ich das Thema eben einfach sehr verbreitert. Also Popmusik gab es ja auch schon früher. Aber Vogtballaden im 16. und 17. Jahrhundert sind alle überliefert. Die kann man vergleichen mit heutigen Songs, auch mit Blues und Jazz-Songs. Und da gibt es gleiche Themen und da gibt es viele Verwandtschaften. Und das habe ich dann rausgezogen bis in die Popmusik der damals 70er Jahre. Abgegeben habe ich die Arbeit so 76, 77. Und hast vorher ja beim NDR schon angefangen. Wie kam das denn zustande? Das war eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Ich habe ein Jahr während meines Studiums in England verbracht, an einer Grammar School. Da habe ich ehrlich gesagt doch schon mal als Lehrer gearbeitet. Habe aber da immer am Wochenende, das war nah bei London, in Wallingford war der Ort. Das ist übrigens wo Barneby, kennt jemand, Inspektor Barneby? Da wird das gedreht. Und das ist eine wunderschöne Gegend, nah bei London. Und da bin ich dann immer mit dem Bus nach London reingefahren. Habe viele ganz wichtige Konzerte gesehen. So Cream und Dinge, die man hier nie sehen konnte. Insofern habe ich da schon viel mitgekriegt. Bin aber dann wieder auch zwischenzeitlich nach Deutschland gefahren und habe Sendungen gehört, hier beim NDR, von Klaus Wellershaus. Das war der einzige, der damals seriöse Popmusik spielte in seinen Sendungen. Und da hatte ich mal was zu bemängeln, irgendwas zu kritisieren. Habe ich mal einen Brief geschrieben. Einen Leserbrief? Einfach einen Brief, ja. Und dann hat er tatsächlich zurückgeschrieben. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Heute war es, muss man dann schriftlich zurückgeschrieben. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat er gesagt, ja, willst du nicht mal als Gast in meine Sendung kommen? Und daraus entstand dann diese Mitarbeit, die erst beim Fernsehen stattfand. Da gab es eine Serie von Horst Königsteins, Sympathy for the Devil. Da habe ich mitgearbeitet und dann Radiosendungen geben, die Musik für junge Leute. Und du hast bis zu deiner Pensionierung beim NDR auch tatsächlich durchgehalten. Bis Musik, ja, und dazu werden wir natürlich noch später kommen. Nicht schlimm, ne? Das ist nicht schlimm, finde ich auch. Also bist ja nach wie vor on air, darüber reden wir gleich ja noch. Was ich aber schon raushöre, ist, du warst immer so ein bisschen an der Zeit voraus. Jetzt bist du ja, hast, bist verheiratet, zwei Kinder. Die Tochter hat gerade Abitur gemacht und der andere Sohn, der ist noch, du hast also dich für eine späte Vaterschaft entschieden. Ja, du hast jetzt gerechnet, ne? Ja, ich habe gerechnet, das fällt mir sehr schwer. Bleibt da was hängen, dass man sagt, okay, ich muss ja jung bleiben für die allein schon. Naja, ich war ein glücklicher Junggeselle, ehrlich gesagt. Aber dann irgendwann... Kam da eine Frau! ...mit 50 passierte es. Die musste aber nicht durch den Keller und so weiter. Ne, ne, das ging auch anders. Und deswegen sind es Dinge, die einfach, also ich habe da drüben, das war einfach, das plant man ja nicht. Ich bin keiner, der solche Dinge plant. Das passiert oder es passiert mal nicht, ne? Und trotzdem kann man ja ehrlich gesagt auch alleine relativ gut glücklich sein. Das ist gar kein Problem. Das habe ich also über vier Jahre, hatte natürlich Beziehungen, ist ja logisch, aber habe auch sehr viel mit der Musik und im abendlichen Leben mich aufgehalten. Also früher gab es nur noch das Onkelpö oder diese Clubs, in denen man einfach nicht nur Musik hören konnte, sondern auch einfach hingehen konnte und Spaß haben konnte, wie jetzt hier viele Clubs noch auf dem Kiez. Und das war noch damals in Wohngegenden und war sehr, sehr angenehm. Man hatte eine wirklich spannende Zeit und dass die Familie jetzt danach dazugekommen ist, das ist echt noch so ein Bonus, weil das ist einfach ganz wunderbar. Das sind Dinge, die ich eigentlich nie sonst erlebt hätte. Und insofern finde ich es ganz großartig. Auch jetzt mit meiner Tochter, die gerade ihr Abitur gemacht hat, wie gesagt, und 18,5 ist und die mir oft auch musikalisch Sachen erzählt und wir tauschen uns aus und dann spielt sie mir was vor und dann sage ich, ja, habe ich ja schon vor vier Wochen gespielt. Also Entschuldigung. Oder sie sagt, ja, kennst du den? Ja, das ist Marvin Gaye. Ja, das ist Let's Get It On. Ja, ich sage, ja, ja. Habe ich 75 in London gesehen und habe auch schon oft gespielt. Also wir, aber sehr oft höre ich auch Sachen von ihr, die ich dann, wo ich auch was lerne. Also das tauscht sich aus. Wunderbar. Wir haben viel gelernt jetzt schon mal in der ersten Runde über dich. Dr. Pop, wissen wir, du hast den Weg vom Osnabrücker Land nach Hamburg geschafft. Du bist eigentlich ein Mann mit vielen Talenten. Wir werden noch weiter sprechen über dich als Musiker, als Kommentator, als natürlich Radioguru, Urgestein wirst du immer genannt vom NDR. Toller, tolles Wort. Das sind wir und ich stehe neben der Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin Michaela Schafrath. Guten Abend, Michaela. Guten Abend, hallo. Herzlich willkommen. Ich habe eben den Österreicher gehabt, jetzt habe ich die rheinische Frohnatur eigentlich. Schön. Ich finde das gut, Österreich total toll findet und auch die Steiermark. Da mache ich sehr gerne Urlaub. Hubi, hast du das gehört? Er ist dort hinten und winkt. Oh, der ist glücklich. Du bist vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen, aber war das nicht jetzt schon irgendwie ein Kulturschock? Weht hier nicht eine steufe Brise? Hier ist es ein bisschen kälter menschlich oder fühlst du dich hier wohl? Nein, absolut. Also ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Ich wollte eigentlich schon immer nach Hamburg. Also es hat sich halt so ergeben, nach meiner Trennung von meinem Mann war es halt so, dass ich keinerlei Verpflichtungen hatte, kein Haus, kein Kind, kein Hund, kein gar nichts. Und so konnte ich einfach losziehen und habe nicht lange überlegt und habe mich sofort für Hamburg entschieden. Ich habe hier schon immer wahnsinnig gerne gearbeitet, weil für mich ist Hamburg wie Urlaub machen. Und jetzt finde ich das total genial, in dieser Stadt zu wohnen. Manchmal begreife ich das selber nicht, weil es einfach so eine schöne Stadt ist und ich fühle mich hier so wohl. Und man hat mich auch so mit offenen Armen mir empfangen. Das ist also wirklich rundum toll und nix hier steufe Brise und so, gar nicht. Wie schön, da freue ich mich für uns. Du hast neue Projekte mitgebracht, mit denen wir quatschen wollen. Und zwar ist eines, und ich saß 1985 bei der allerersten Folge vorm Fernseher, das eine ist die Lindenstraße. Du hast jetzt gerade für die Lindenstraße gedreht und das wird im Oktober ausgestrahlt. Wen spielst du und was passiert? Also ich spiele eine Beamtin von der Ausländerbehörde. Ich darf natürlich jetzt noch nicht so viel erzählen, weil wir haben ja eine lange Vorlaufzeit, wie du schon gesagt hast. Im Oktober wird es ja erst ausgestrahlt, aber es ist eine ganz, ganz tolle Rolle und ich freue mich da sehr drauf, weil, wie du auch schon sagst, 1985, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für mich ist die Lindenstraße die Mutter aller Serien und ich habe es halt früher auch geschaut. Da war ich also 15, als es losging. Ich habe es total geliebt, Herr Schweiger noch als Taxifahrer und so, das haben wir auch alle mitbekommen. Und ich finde es einfach eine kultige Serie und jetzt ein Teil dieser Serie auch selber zu sein, das ist wirklich schon ein ganz irres Gefühl. Auch in den heiligen Hallen da unterwegs zu sein, das wird ja in Köln gedreht. Und ja, es ist schon irgendwie ein irres Gefühl, dann da in Mutter Beimers Wohnung auf einmal zu stehen. Das stelle ich mir vor. Unterschreibt ihr richtiggehend Geheimhaltung? Also vertraglich Geheimhaltung über die Inhalte? Ja, auf jeden Fall. Also in den Verträgen steht drin, dass du über die Inhalte nicht so viel erzählen darfst. Also es gab natürlich einen Pressetermin, ist klar. Und dann wird halt vorher abgesprochen, was gesagt werden darf und was nicht gesagt wird. Aber du könntest es mir nach der Sendung erzählen. Also wenn du mich so lieb anschaust, dann ja kein Pressetermin, oder? Okay, ich bin gespannt. Und du hast auch eine neue Show und zwar den Sonntagstalk mit Michaela Schafrath, aber der ist in Braunschweig, richtig? Radio 38. Und wieso talkst du da jetzt? Kann das jeder so machen? Ich möchte da auch talken beim Radio. Ja, du, wir können ja, wir quatschen einfach nachher nochmal, okay? Wir haben noch ein Backstage-Gespräch später. Aber du hast zu Gast gehabt, übrigens unter anderem Alexandra Kamp, die haben wir hier schon zu Gast gehabt, und John Fleming Olsen ebenfalls. Also wir können ja eigentlich immer Gäste austauschen. Was hältst du davon? Du, das ist eine super Idee. Ich gerade nämlich gerade schon an Johannes Oerdingen rum. Ist das so? Ist der heute auch Gast? Ich weiß es nicht. Ist der irgendwo da? Oh, da, Christian. Der winkt auch. Ich komme, ich komme. Er kommt, er kommt, er kommt. Sehr gut. Ja, sehr gut. Es ist wirklich, es ist ein Radiosender, Radio 38 in Braunschweig, genau. Und ich mache das jetzt seit drei Monaten. Ich habe da meinen eigenen Sonntagstalk einmal im Monat. Wie der Name schon sagt, sonntags von 10 bis 12. Und da lade ich halt ganz liebe Gäste ein, die eine Menge zu erzählen haben. Es ist aber ganz entspannt. So ein Frühstücksschnack einfach und bei Kaffee und Brötchen und Müsli und so. Und das ist, es macht wahnsinnig viel Spaß. Also jeder, der mich ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich wahnsinnig gerne schnacke. Als Moderatorin, das weißt du selber, muss man sich da aber ein bisschen zurücknehmen. Und das muss man halt auch erstmal lernen, wenn man, sag mal, 17 Jahre in der Öffentlichkeit steht und eigentlich immer nur Interviews gibt. Und jetzt aber die Gastgeberin ist, ist das nochmal eine ganz andere Position, die man da hat. Aber es macht super viel Spaß und ich liebe Radio, weil du da auch manchmal, du kannst ja auch aussehen wie ein Schlumpf, weißt du, da sieht dich ja keiner. Also man sagt immer, also man sagt immer für Leute, die nur Radio machen, dass sie halt ein Radiogesicht hätten. So, das höre ich immer, weil ich ja bisweilen Nachrichten fürs Radio mache und das höre ich dann immer von meinen bösen, bösen Freunden. Aber du spielst auch wieder Theater und zwar, das muss ich jetzt selbst einmal mal ablesen. Es gibt im Neuen Theater Hannover Gänsehaut, das ist ein Thriller. Und es gibt dann auch wieder die Komödie Tote Augen von London in Braunschweig. Ja, Krimi, Comedy, Komödie, auch schon Notruf. Was liegt da denn mehr? Welche Art Rollen liegen dir mehr? Ich sag mal so, ich bin ja eine rheinische Frohnatur, wie du schon gesagt hast. Und mir liegt natürlich in erster Linie Komödie, weil ich halt sehr lebensbejahender, sehr fröhlicher Mensch bin, sehr positiv eingestellter Mensch bin. Dann fällt es mir natürlich leichter, die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Und ich lache auch selber wahnsinnig gerne. Ich sag immer, ein Tag, an dem man nicht gelacht hat, ist ein verlorener Tag. Und das ist doch so. Aber es ist natürlich eine tolle Herausforderung für mich, jetzt mal ein Thriller zu spielen. Also die Gänsehaut nennt sich halt ein Comedy-Thriller. Aber so wie Comedy ist ja gar nicht dabei. Also es ist schon relativ schräg, das ganze Stück, was dann ab September in Hannover gespielt wird. Und das finde ich natürlich eine tolle Herausforderung, weil ich da halt eine Frau spiele, die gerade aus der Klinik kommt, also aus der psychiatrischen Anstalt kommt und von ihrem Mann und dessen Halbschwester halt schon wieder so dermaßen getriezt wird, sodass sie halt in die alten Muster wieder zurückfällt. Und das ist natürlich eine sehr angespannte Rolle, weil man halt wirklich zwei Stunden sehr angespannt ist. Und man hat halt so, ich hab mir halt bei diversen Kollegen und Schauspielern, also Filmen und so, angeguckt, wie Leute sich verhalten, die halt irgendwie so einen Knacks haben. Und ich merke dann schon immer nach den, also nach den zwei Stunden, muss ich erstmal ein bisschen runterkommen. Und ich wollte gerade fragen, bleibt der Knacks ein bisschen? Also wie lange bleibt er? Wie lange fühlst du dich komisch? Also mein Lebensgefährte Carlos hat nach der Premiere gesagt, mein Gott, bin ich froh, dass du so nicht im wahren Leben bist. Es hat ihn ein bisschen Angst gemacht. Aber, ja, gib mir eine Stunde. Eine Stunde und ein Gläschen Rotwein, dann geht das wieder. Alles klar. Wenn man in dein Casting-Profil schaut, dann steht da auch Sportschützin und Rennlizenz. Stimmt das? Hast du eine Rennlizenz? Ja. Ja, ich hab eine Rennlizenz gemacht auf dem Nürburgring. Wie cool ist das denn? Ja, fand ich auch total cool. Also ich meine, ich bin ja dafür bekannt, ziemlich bekloppte Sachen zu machen. Und unter anderem auch eine Rennlizenz auf dem Nürburgring. Das wurde mir damals angeboten von Zagspeed. Und da hab ich dann ein Wochenende lang eine theoretische Prüfung gemacht und bin dann danach auch schön mit dem Formel 3000 mal über Nürburgring gefahren. Und das war echt irre. Und ich finde, jeder sollte mal ein Fahrradtraining machen. Gut, es muss jetzt nicht unbedingt die... Fahrradtraining? Ja, nicht unbedingt die Lizenz für ein Rennen sein, aber es gibt ja ADAC und keine Ahnung, was die solche Fahrradtrainings anbieten. So lernt man dann doch auch in schwierigen Situationen mit seinem Auto besser umzugehen. Also ich finde, ich finde Rennrad, das finde ich stark. Und pass auf, was... Rennrad. Rennrad hast du gehört. Ah ja. Ja, Rennrad finde ich auch cool. Ach so, nee, was hast du gesagt? Ein Rennwagen? Ach. Ja, also... Ich dachte, du fährst Rennrad jetzt, aber das will ich irgendwann auch starten. Also bisher jogge ich nur und das auch echt unregelmäßig. Aber weißt du, was dort noch steht? Und zwar das Boxen. Und das geht zurück auf 2002 Promi-Boxen mit Doro Pesch. Und Regina Halmich hat dich trainiert. Wie war das? Also das stimmt. Ich habe gegen Doro geboxt. Die ist ja kurzfristig eingesprungen. Also sie hatte nur noch ein paar Wochen Zeit, um sich vorzubereiten. Ich glaube drei oder zwei sogar. Weil eigentlich sollte ich ja gegen Samantha Fox boxen. Ja. Die hat sich aber komischerweise, ganz seltsam, kurz vorher beim Training den Knöchel verstaucht. Und somit musste jemand einspringen und dann ist Doro halt eingesprungen. Die aber natürlich Kickbox-Erfahrung hat. Also die war nicht ganz untrainiert, was ich auch gespürt habe, ehrlich gesagt. Also als sie dann wie eine Vorrede auf mich zukam, dann dachte ich, holla, die Waldfee, die meint ja ernst. Also die meint es echt ernst. Ja, Regina Halmich hat mich trainiert. Sechs Wochen. Das waren die härtesten sechs Wochen meines Lebens, weil mein Leben bestand zu dem Zeitpunkt nur aus Essen, Trinken, Trainieren und Schlafen. Also nicht Alkohol trinken, sondern nur Wasser trinken. Und die war so wahnsinnig streng. Damals habe ich sie echt verflucht. Also heute liebe ich sie dafür, weil ich habe dann auch glücklicherweise gewonnen den Kampf. Aber es war sehr, sehr hart. Ich habe da wahnsinnigen Respekt vor dem Boxsport. Weil das sieht immer so easy aus, ne? Die kloppen sich ein bisschen so auf die Birne. Aber das ist schon heftig. Man hört davon, dass es anstrengend sei. Aber dann musst du ja eigentlich relativ fit sein. Wäre Let's Dance was für dich? Finde ich super. Würde ich super gerne machen. Liebes RTL-Team, hier ist eure neue Let's Dance-Tänzerin Michaela Schafrath. Super, auch bei RTL. Das müssen wir natürlich erwähnen. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, denn wir hatten zwei Dschungelcamp-Teilnehmer bereits hier. Fräulein Menke und Gunter Gabriel, den ich hier in den Himmel grüße und sagen möchte, wir denken an dich. Das möchte ich unbedingt loswerden. Und beide haben uns unterschiedliches erzählt. Gunter hat uns erzählt, es ist saugefährlich. Fräulein Menke, naja, ist so ein bisschen australischer Mischwalsch. Wie hast du das empfunden? Ist das gefährlich? Ich fand es jetzt nicht so gefährlich. Also ich bin natürlich auch von Natur aus Camperin. Also ich liebe es sowieso, im Freien zu schlafen und zu campen und unter etwas widigeren Umständen seinen Urlaub zu verbringen. Deswegen war es für mich jetzt nicht so schlimm. Ich fand den Dschungel super. Ich fand das toll, unter freiem Himmel zu schlafen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Sterne gesehen wie in Australien. Und diese Bäume, die sind riesig. Also dagegen ist das hier wirklich Pille-Palle. Also da sind riesige Bäume und alles grün. Und die Tiere sind alle irgendwie viel größer. Und ja, es ist einfach sehr beeindruckend. Und das hat mir keine Angst gemacht. Und außerdem muss man fairerweise sagen, das Camp ist wirklich bewacht. Also da stehen überall diese Ranger rum und die sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Und ich denke, innerhalb des Camps darf sich RTL das gar nicht erlauben, dass da irgendjemandem was passiert. Also wirklich was Schlimmes passiert. Dass da mal ein paar Ratten und Spinnen und Schlangen. Naja, okay. Hast du dich vorbereitet? Ja, ich habe mich vorbereitet. Und zwar bin ich zu einer Tierfilmfarm gegangen vorher. Und habe das alles im Vorfeld schon ausprobiert, weil ich eine tierische Schlangenphobie habe. Und ich habe mich dann einfach mal mit Schlangen auseinandergesetzt. Habe mir eine Vogelspinde auf die Hand setzen lassen. Habe Mehlbürmer gegessen im hohen Zustand, im gebratenen Zustand. Alles vorm Camp noch. Und Kakerlaken. Und das war auch ganz wichtig. Also weil ich da, eine Prüfung war halt dieses Bad in diesem Glasack mit diesen 80.000 Kakerlaken. Aber die stinken halt ein bisschen. Aber ansonsten sind die total ungefährlich. Alles klar. Gut. Würdest du sagen, es war jetzt abschließend eher positiv, dort gewesen zu sein? Auf jeden Fall eine gute Erfahrung, so klingt es. Für mich war es eine irre Erfahrung. Und ich bin heute froh, dass ich dabei sein konnte. Und man weiß natürlich, dass die Fallhöhe sehr hoch ist beim Dschungel. Das ist klar. Also ich glaube, viele waren sich dessen auch nicht bewusst. Und man sieht ja auch dann, was danach so mit denen so passiert ist. Man muss sich da schon Gedanken drüber machen, ob man da wirklich hingehen möchte oder nicht. Aber ich denke, es ist das Wichtigste, dass man einfach bei sich selbst bleibt. Dass man sich selber treu bleibt. Dass man nicht versucht, irgendeine Rolle zu spielen. Sondern dass man einfach so ist, wie man ist. Und das ist ja auch, sagen wir mal, so mein Lebensmotto. Also dass ich einfach sage, entweder mögen die Leute mich so, wie ich bin oder nicht. Und ich muss auch nicht Everybody's Darling sein. Aber du bist Königin der Herzen geworden und Vize-Dschungelkönigin nach Ross Anthony. Genau. Und du hast deine Schulden abbezahlen können. Du hast auch offen erzählt, na klar, logisch macht man das wegen der Kohle. Und ich habe gedacht, du bist auch so ein Stehaufmännchen. Irgendwie, es gab schon Trennung, du hast zwei Ehen gehabt. Verschuldet bist du gewesen. Dann Jobmächse so hier und da. Aber bist du ein Stehaufmännchen und würdest du sagen, dass es auch weniger oberflächlich macht, wenn man einfach durch solche Tiefen durchgegangen ist? Ja, also ich bezeichne mich wirklich ganz oft als Stehaufweibchen in dem Fall. Nee, aber in der Tat. Und ich habe ja vor der Schauspielkarriere zehn Jahre als Kinderkrankenschwester gearbeitet. Und der Beruf hat mich natürlich schon sehr geerdet. Und der hat mich geprägt in vielerlei Hinsicht, auch im Umgang mit Menschen. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, wie ich eben schon sagte, bei sich selber zu bleiben. Und es ist auch total legitim, Fehler in seinem Leben zu machen und sich das auch einzugestehen und auch darüber zu sprechen. Und natürlich habe ich gesagt, ja, ich bin in den Dschungel wegen des Geldes gegangen. Was soll ich denn, wieso soll ich denn nicht die Wahrheit sagen? Das ist einfach so Fakt gewesen. Ich konnte mich da aus meinen Schulden wieder rausholen und deswegen habe ich es halt auch gemacht. Weil ich wusste ja auch nicht, wie es ausgeht. Also das weißt du ja halt nie, wenn du in den Dschungel gehst. Das ist halt schon so ein bisschen, ja, Spiel mit dem Feuer halt auch. Aber ich kann da auf Holz klopfen und sagen, bei mir ist es gut ausgegangen. Und ich finde es immer wichtig, auch Fehler zu machen. Einfach daraus zu lernen und im besten Falle den Fehler nicht ein zweites Mal zu machen. Kann ich unterschreiben? Du hast eben schon gesagt, du warst Krankenschwester und zwar zehn Jahre. Und du engagierst dich, du bist sowohl Botschafterin der deutschen Knochenmarkspende als auch Schirmherrin für die deutsche Selbsthilfe angeborener Immundefekte. Hängt das mit deinem Beruf zusammen? Bist du deshalb dazu gekommen? Ja, klar. Also ich bin damals vor fünf Jahren angesprochen worden von der DSAI, also der Patientenorganisation für angeborene Immundefekte. Aber ich nicht Schirmherrin werden möchte dafür. Liegt natürlich daran, weil ich halt als Kinderkrankenschwester selber Erfahrungen mit dem Krankheitsbild hatte und wusste, worum es da geht. Und für mich ist es schon auch sehr, sehr wichtig, eine Schirmherrschaft für etwas zu übernehmen, wovon ich auch Ahnung habe, womit ich auch rausgehen kann und auch wirklich erzählen kann, worum es da geht. Und ich habe dann halt auch nicht lange überlegt und bin auch sehr froh. Mittlerweile mache ich das fünf Jahre, den Job der Schirmherrin. Und ich finde es halt toll, wenn man halt, ich sage jetzt mal, ein prominentes Gesicht hat, dieses halt auch einfach dafür zu nutzen, an die Öffentlichkeit zu gehen, auf solche Dinge aufmerksam zu machen, sozusagen als Türöffner zu fungieren. Und ich sage jetzt mal, bei euch darüber zu sprechen oder auch bei Lanz oder bei Dina Böttinger oder was es sonst noch alles für Formate gibt. Weil manchmal geht es einfach schneller, wenn Frau Schafrat den Hörer in die Hand nimmt und sagt, du, ich hätte da mal was, worüber ich gerne sprechen möchte. Und das finde ich toll, dass es auch so funktioniert. Und so habe ich schon viele Türen öffnen können für die DSAI. Schön, hoffentlich weitere. Und wir reihen uns natürlich gerne bei Lanz und Böttinger ein. Und ja, wir geben nochmal kurz den Ausblick. Also Lindenstraße, 8. und 10. Oktober, das muss ich loswerden. Dann Gänsehaut in Hannover ist von September bis November. Und die Toten Augen von London in Braunschweig nächstes Jahr Mai und Juni. Und wir beide sprechen uns noch, liebe Michaela, und geben ab zu Peter und Peter an die Bühne. Sehr gerne. Peter an die Bühne ist bei mir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier beim Talk der offenen Tür. Und die meisten kennen ihn eigentlich nur vom Hören. Da erreichst du wirklich die meisten Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer als die deutsche Stimme beim Europäischen Song Contest in der ARD. Das findet seit 1997 statt mit dir. Da hast du angefangen. Das war dein erster ESC in Irland. Du machst das also jetzt 20 Jahre. Und ich habe mir nochmal geguckt. Vorher hieß es noch Grand Prix Eurovision de la Chanson. Ja, hieß es da vielleicht noch? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, dann kam irgendwann der Switch zum Eurovision. Also, du warst in deiner ESC-Karriere in 15 Ländern, in 17 Austragungsorten, hast einen deutschen Sieg mitbekommen. Lena Satellite, 2010 Ostern. Dreimal letzter Platz, 2005, 2015, 2016. Dieses Jahr vorletzter Platz. So, das sind erstmal die Zahlen von Peter Urban. Wo war es denn am schönsten in diesen 20 Jahren? Also, wenn du so zurückdenkst. Also, interessant war es in Jerusalem, 1999. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Weil? Weil es eine total andere Welt ist. Ich meine, da kommt man eigentlich auch sonst nicht sofort mal hin. Und deswegen, damals gab es auch noch genug Zeit, um auch die Dinge sich anzuschauen, weil da gab es noch keine Semifinals und so weiter. Nur eine Sendung. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und sonst, Stockholm ist immer gut. Ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber ehrlich gesagt, freue ich mich sehr, dass es im nächsten Jahr mal in eine südliche Stadt geht. Nicht nach Osteuropa, nicht nach Nordeuropa. Also, Wien. Nach Lissabon soll es werden. Lissabon. Wien war zum Beispiel auch sehr, sehr interessant. Sehr, sehr schön. Auch ein kleiner, überschaubarer Rahmen. Weißt du, diese Veranstaltung, die immer in riesigen Fußballstadien stattfindet, die sind nicht so spannend. Da sieht man wenig und die Atmosphäre ist unruhig. Und so in Kopenhagen damals zum Beispiel war das sehr seltsam. 2001. Aber jedenfalls ist das sehr schön gewesen in Wien und in Lissabon hoffentlich auch. Gibt es denn 20 Jahre so eine Sache, wo du sagst, das war am Bestorganisierten von deiner Seite, jetzt mal nur für deinen Job, den du da machst? Ja, da gibt es verschiedene. Da gibt es zum Beispiel im letzten Jahr, Stockholm war ganz großartig. Das ist eine runde Halle. Der Globen. Der Globen. Und da konnte man, kannst du mit dem Fahrstuhl hochfahren und wanderst da rum. Es gab andere Gelegenheiten. Da musst du Baustellen, Treppen hochklettern, irgendwie in den dritten, vierten Stock. Das war Kopenhagen. Ja, Kopenhagen. Das war so ziemlich gruselig. Oder auch selbst in Düsseldorf. Das war auch ein organisatorisch sehr interessanter. Aber in einem Fußballstadion stattfindender ESC, wo man ewige Wege rumlaufen musste und hochklettern musste, also einige ältere Kollegen, damals gab es noch älterer als mich, die hatten ehrlich eine schwierige Zeit. Und ich war auch gerade frisch vor einer Operation. Ich habe so acht Hüftoperationen hinter mir, deswegen dieses ganze Theater. Ich durfte einen kleinen Elektroroller benutzen. Und bin dann durch die Gänge der Stadions immer gefahren und vom Pressezentrum dahin und so. Aber das letzte Stück musste ich auch hochklettern und das war echt ein bisschen nervig. Insofern, es gibt organisatorisch schöne Dinge für unseren Job und ein bisschen anstrengend. Die Frage liegt natürlich auf der Hand in diesen 20 Jahren. Wo war es am, sagen wir mal, chaotischsten für dich? Oder wo du sagst, du musst es... Ach, das ist schwer zu sagen. Also es ist immer vom Prinzip her gleich. Es ist immer die gleiche Art Organisation. Also es wird ja von der EBU durchgeführt mit örtlichen Varianten. Und da gibt es manchmal Sachen, wo man improvisieren muss. Damals im Baltikum, also in Lettland und in Estland. Das war aber trotzdem toll, weil die Leute unheimlich engagiert waren. Also es war nie irgendwie katastrophal. Also es war immer akzeptabel und angenehm. Also ich würde nie sagen, dass es irgendwie anstrengend war. Also jetzt Kiew war ganz großartig. Also das war zum Beispiel auch von der Organisation her gut. Und in einem Land, das wirklich schwere Probleme hat, das also sehr leidet unter dem russischen Druck, unter der Feindschaft, die Russland ständig irgendwie ausübt, auch dem Land gegenüber, war das echt ein wirklich toller ESC. Also der EBU, die eben den Eurovision Song Contest organisiert, die sagt ja immer, der Contest ist total unpolitisch. Dass er eben nicht unpolitisch ist, hat man ja dieses Jahr gesehen. In Kiew fand das statt. Die Russen haben eine Sängerin nominiert, die vorher auf der Krim gesungen hat, aber über das russisch besetzte Gebiet eingereist ist. Und nicht über das ukrainisch, nicht besetzte, sondern über die Ukraine. Deswegen durfte dann die Russin nicht singen. Jetzt kam, glaube ich, letzte Woche raus, Russland wird dafür gerügt, also und darf ganz normal mitmachen. Und Ukraine muss ganz schön viel Kohle dafür zahlen, dass sie eben, die Russin hat nicht einreisen lassen. Also dieses Unpolitische beim ESC, das ist ja von gestern. Das ist natürlich nie unpolitisch. Besonders wenn man zulässt, dass ein Lied, das über die russische Aggression 1944, also unter Stalin, die Vertreibung der Krim-Tataren, wenn man so ein Lied gewinnen lässt, das war eben der Fall. Im Jahr davor mit Jamala. Im Jahr davor mit Jamala. War ein großartiges Song, ein toll eindrucksvoller Auftritt. Aber da muss man sich schon nicht wundern, wenn es nachher Probleme gibt, wenn es gerade auch eine Art sehr, sehr harten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gibt. Und natürlich, das Ganze, das habe ich dann auch begriffen, war auch natürlich von den Russen bewusst gemacht. Die haben natürlich diese Sängerin nominiert, wo sie wussten, die wird wahrscheinlich gar nicht da auftreten können. Dann gibt es einen Skandal und so weiter und so fort. Also so ganz unschuldig waren die auch nicht. Und am Anfang habe ich gedacht, die Ukrainer sollten sich doch nicht so anstellen. Aber nachdem ich mit den Leuten da geredet habe, gemerkt habe, wie im Alltagsleben und wie hart es wirklich ist, diesen ständigen Druck auszuhalten. Und die wollen nur im Frieden leben und sind so genervt von dieser russischen Situation. Da habe ich dann auch verstanden, warum sie gesagt haben, nein, die tritt hier nicht auf. Gewonnen hat in Kiew Salvador Sopral. Wir haben es gerade angesagt vorhin, jetzt wird das, der ganze Trost geht nach Portugal. Wahrscheinlich wird es Lissabon im Mai. Du hast dir das sogar gewünscht, dass er gewinnt. Also vorab konnte man lesen, er wird es wohl machen oder ich wünsche mir das. Also vorher habe ich nie gedacht, dass so ein intimer, leiser, zarter Song gewinnen kann. Aber als man ihn dann auf der Bühne sah, bei den Semifinals und auch später bei den Proben, da wurde einem dann auch klar, das hat so etwas Besonderes und das ist so außergewöhnlich, dass das wahrscheinlich gewinnen wird. Und das Außergewöhnliche hat eben die größte Chance. Man muss einfach nicht was Normales dahin schicken. Man muss was Ungewöhnliches, was den Leuten ans Herz geht, was in den Bauch geht, was wirklich die Leute berührt. Das hat eine Chance. Ist das ein Ratschlag an die Deutschen, dass sie endlich mal was hinschicken? Das wäre einer meiner Ratschläge, in der Tat. Dass man wirklich was Authentisches sucht, was Ungewöhnliches. Lena war total ungewöhnlich. Die war einfach so, weil sie so authentisch ist. Das war aber auch ein Glücksfall. Ich will nicht sagen, dass jede Castingshow so ein Ergebnis haben kann. Kann es nicht. Insofern war das ein extremer Glücksfall. Und den kriegt man nicht so leicht wieder. Und ich möchte auch nicht in der Haut derjenigen stecken, die das aussuchen müssen und entscheiden müssen. Denn es ist wie bei einer Plattenfirma. Da sitzen tausend Manager und die müssen alle entscheiden, jetzt wollen wir einen Hit haben. Aber sie kriegen in 99 Prozent der Fälle keinen Hit. So ähnlich ist die Situation. Es ist verdammt schwierig. Aber es hat gezeigt, mit normalem durchschnittlichem Mainstream, der wirklich toll gesungen ist. Denn unsere Sängerin in diesem Jahr ist eine hervorragende Sängerin. Aber sie konnte nichts dafür. Der Song berührte die Leute nicht so. Und der wurde auch in einer sehr altmodischen Version gesungen. Da hätte man mal ein Dancebeat drunter legen können oder sowas. Das wurde nicht gemacht. Und insofern muss man sich dann am Ende doch nicht wundern. Aber ich würde sagen, was wirklich überzeugend ist. Es muss authentisch sein, wo das in Deutschland zu finden ist, weiß ich nicht. Hier im Raum wäre jemand. Ah, den fragt hast du vielleicht. Das ist der Johannes. Ich habe ihn schon mal beim ESC. Wir waren zusammen beim ESC. Genau, die Geschichte hören wir gleich. Aber vorher, bevor du uns diese Geschichte erzählst, nur ganz kurz, damit man das auch noch hat. Du gehst da hin, bist dann, glaube ich, eine Woche vorher da, bereitest dich vor, hast drei Live-Shows, hast ja nur 30, 35 Sekunden Zeit, dann deine Bemerkungen zu machen, die immer Reaktionen auch hervorbringen. Denn, also, jetzt hast du, glaube ich, irgendwie zu dieser Hochzeitserklärung da zum Heiratsantrag gesagt, na, jetzt tut sie aber so, als ob sie das noch nicht geahnt hätte. Und es kommt, liest du Reaktionen zu deinen Kommentaren? Wenn ich das jetzt tun würde, dann würde ich ja wahnsinnig. Also, also diese, das ist natürlich, ist doch klar, dass das ein PR-Gag war. Ich meine, die wollten ein lahmes Lied, wollten die nach vorne bringen, indem sie der Sängerin einen Heiratsantrag haben machen lassen. Jetzt haben sie den jetzt aber ab. Das war doch, das war doch klar, dass das ist, und da haben sich dann Leute ehrlich darüber mich aufgeregt, weil ich das mal versucht habe anzudeuten. Aber ich meine, man kann es den Leuten nie recht machen, es ist ein Drahtseilakt. Manchmal muss ich wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht Sachen, ich versuche sie nicht von vornherein so zu kritisieren, dass ich unfair bin, das bin ich nie. Ich versuche nur ironisch die Sachen zu betrachten, ein bisschen Humor muss man eigentlich mal haben. Und ich würde mich wahnsinnig ärgern, jetzt sitzt du hier, ich bin seit 1979 ESC-Fan, die Freunde, Familie, Verwandte wissen das alles. Brauchst du für nächstes Jahr noch irgendeinen, der dir was schreibt, der dir irgendwo irgendwas, die Flugkosten kann der NDR, aber ich würde mitgehen, ich kann das. Ich glaube es dir, ich habe einen super Assistenten, aber ich schreibe alles selbst, du. Also ich hole mir ein paar Anregungen, in der Tat, ich kann dich anrufen und kann fragen oder so. Ja, aber dann bin ich ja nicht in Listerbott. Ja, das stimmt. Oh Mann, okay, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber ich schreibe mir das schon alles selbst auf, überleg es mir genau. Okay, wie lange machst du das noch? Solange ich irgendwie, also solange es mir Spaß macht und wenn die, ich glaube, eine Menge Leute, das wird mir jedenfalls immer wieder gesagt, gucken sich das ganze Zeug auch an, um hin und da auch einen Kommentar von mir zu hören. Insofern, wenn die Leute das gut finden, dann habe ich da nichts zu kriegen. Und heute sind einige davon hier. 2010 hast du Johannes Oerding kennengelernt in Oslo, das war das Jahr, wo Lena gewonnen hat. Ihr habt zusammen in eurem Hotel Flügel gespielt und zwar, wenn ich das richtig gelesen habe von Prince, How Come You Don't Call Me Anymore und danach habt ihr euch Pizza bestellt, stimmt das? Also das war ganz toll, er war in der Jury, ich war Kommentator und ja, irgendwann, wir trafen uns dann abends in der Bar oder unten dann im Foyer, wo es einen Flügel gab und dann haben wir zusammen gespielt. Und Johannes, dass er singen kann, weiß ja nun jeder und das hat super Spaß gemacht. Wir sind dann nachher auch noch in irgendeinen Club gegangen. Das war dann auch, wurde dann sehr spät. Ich war am nächsten Tag ein bisschen müde, das weiß ich noch. Also, dass Johannes Oerding da ist, weiß jetzt auch jeder. Dass du da bist, wissen wir auch. Ich muss gleich mit dir nochmal die Tickets für Lissabon klar machen. In der Zwischenzeit gehen wir zurück zu Astrid und die hat Johannes Oerding. Da sind wir, ich stehe neben dem Sänger und Songwriter, Musiker Johannes Oerding. Guten Abend, Johannes. Wunderschönen guten Abend. Ich muss gleich sofort einhaken. An diese Geschichte mit dem Club kann ich mich nicht mehr erinnern, Peter. Da war ich, glaube ich, noch nicht mehr dabei. Ich wollte nämlich gerade fragen, kannst du das alles so bestätigen und gibt es noch was zu ergänzen? Also, dass der Peter gut Klavier spielen kann, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und dass das wirklich ein sehr, sehr besonderer Moment war. Also, 2010, nicht nur, dass Lena damals gewonnen hat und wir beide in Oslo waren, dass wir wirklich die Pizza auf diesem teuren Steinway-Flügel im Westenhotel in Oslo gelegt haben und versaut haben. Das hat er nicht erzählt, aber wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Was war auf der Pizza? Wir hatten alles Mögliche. Meistens Fisch, weil das war ja Oslo. Alles klar. Wie war das für dich? Du warst damals noch nicht bekannt, noch lange nicht so bekannt wie jetzt. und trotzdem hast du in der Jury gesessen. Ist das dein Posten? Ist das gut? Nee, ich habe mich selber gewundert. Ich habe auch gerade noch mit Peter vorab drüber gesprochen, warum ich eigentlich dabei war. Ich weiß bis heute nicht, warum ich gefragt wurde. Ich glaube, das war wirklich, dass es ein, zwei Leute beim NDR gab, die sagten, ach, hier gibt es jemanden in Hamburg, der kann singen, vielleicht kann der mitmachen, wir brauchen noch einen. Und dann bin ich da eingesprungen. Und für mich war das natürlich Hollywood-reife Erfahrung, wirklich dann in der Jury zu sitzen mit Harpe Kerkeling, mit Mary Roos und noch anderen Prominenten. Und ich saß dann dabei, der kleine Junge vom Dorf und durfte dann entscheiden, ob Ukraine weiterkommt oder nicht. Und das war, ja, das hat mir schon Spaß gemacht, was ich sage. Okay, also lieber NDR, da ist auch noch mal Interesse, den könnt ihr noch mal einspannen, glaube ich. Du hast 2000... Wer schimpft da? Ist das Peter Urban? Ja, da bin ich noch gar nicht. Herrgott, nun lasst mich doch mal in Ruhe meine Fragen stellen. Ich wollte nämlich die Kurve nehmen, über 2013 den Bundesvision Song Contest. Und ja, jetzt wollte ich tatsächlich fragen, stehst du nächsten Mai 2018 zur Verfügung? Ich glaube nicht, denn ich habe, was ich auch damals gemerkt habe, bei all dem Spaß, den wir da hatten, dass dieser ESC und diese ganze Eurovision Zirkus ja eben ein sehr, sehr großer Zirkus ist, der also seine eigenen Gesetze hat und eben auch für ganz besondere Künstler auch oder Gestalten geschaffen wurde. Und ich, ehrlich gesagt, sehe mich da nicht in dieser Runde. Deshalb, ich sage niemals nie, aber ich glaube, das ist noch sehr, sehr weit entfernt. Alle dürfen mal Oh sagen. Aber auch applaudieren. Hier applaudiert noch jemand. Deine Karriere hat sich sehr kontinuierlich aufgebaut. Und zwar hast du den ersten Produzenten gehabt mit 17 Jahren. Das ist jetzt, sieht man auch nicht, aber echt schon ein bisschen her, 18 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Und naja, so richtig bekannt, ich würde jetzt so gefühlt drei, vier Jahre sagen, dass du so richtig durch die Decke gegangen bist. Also eine riesen Zeitspanne. Ist das gut, das so langsam aufzubauen? Und ist das auch gerade, weil du solche Sachen jetzt nicht unbedingt machen würdest, wie ESC und ich nehme mal an DSDS? Also so in der Nachbetrachtung würde ich natürlich sagen, das war eine gute Entscheidung, weil alles sehr, sehr gesund, sehr stetig in Ruhe gewachsen ist. Aber man kann sich vorstellen, als ich mit 17 meinen ersten Künstlervertrag hatte in Lüneburg bei Produzenten, die sehr, sehr viele große Stars rausgebracht haben, und dann dachte ich, jetzt geht's los, jetzt ist es Hollywood und jetzt muss es aber auch losgehen. Und dass es dann eben noch so, so lange gedauert hat, wollte ich damals nicht akzeptieren, war sehr ungeduldig und habe immer versucht, auch Gas zu geben. Aber ich hatte Gott sei Dank Leute, die gesagt haben, mach ein bisschen ruhiger, weil deine Zeit kommt irgendwann. Und jetzt sage ich natürlich heutzutage, ich habe sehr, sehr viel richtig gemacht und weil du sagst, gewisse Dinge auch eben ablehnen. Ich glaube, ich habe da gerade noch mit jemandem an der Bar hier gesprochen und auf die Frage, was macht ein Künstler aus oder ein Profil von einem Künstler aus, ich glaube, es sind nicht die Dinge, die man am Ende des Tages macht oder zu denen man Ja sagt. Ich glaube, es sind eher die Dinge, wo man Nein sagt, also wo man sagt, ich möchte das nicht, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, das steht mir nicht und das ist nicht meine Art und Weise, wie ich Musik machen möchte. Und das erfordert manchmal Mut und ich habe Gott sei Dank sehr viele Leute, die die gleiche Vision verfolgt haben wie ich und dann eben auch gesagt haben, nee, komm, das brauchen wir jetzt nicht, das können wir vielleicht später nochmal machen und wenn du dich besser fühlst. Und wahrscheinlich Nein sagen auch, weil man sich vermutlich nicht verbiegt, sondern treu bleibt. Ja, aber die Anfänge sind natürlich noch viel früher als mit 17. Ich sage einfach mal ein paar Schlagworte. Familie, Pfadfinder, Axel Rose und Moonwalk. Was hast du diesen Dingen zu verdanken? Ja, Familie, ich habe eine sehr große Familie, vier Geschwister, Musik spielte immer eine Rolle, wir sind immer im alten VW, Hippie-Bulli in die Urlaube gefahren und meine Eltern haben schon immer die Stimmen verteilt, so sing du mal das, sing du mal das, haben wir gemeinsam gesungen. Das heißt, das ist so meine erste musikalische Baustelle gewesen. Dann Axel Rose, das war, ich war natürlich großer Guns Roses Fan mit 13, 14, da habe ich mir die weiße Rattlerhose angezogen und ein rotes Stirnband und wir mussten super ausgesehen haben. Damals hat man sich da noch über Style noch keine Gedanken gemacht. Ich fand mich cool, auf jeden Fall, indem ich dann Axel Rose imitiert habe. Dann Moonwalk, den habe ich gelernt, den kann ich bis heute noch. Oh, das ist eine gute Vorlage. So, achso, nee, achso, nee. Wolltest du den noch? Warte, okay. Achtung. Yes, Johannes Erding und der Moonwalk. Mit Hut und allem. Michael Jackson is still alive. Vielen Dank, Hammer. Man musste ein paar Moves drauf haben früher. Wenn man vom Dorf kommt, dann hast du das schon schwer Eindruck gemacht. Der absolute Hammer. Du, sprich nochmal zu deiner Familie, denn die erinnern so ein bisschen an die Schwarzwaldklinik. Ja, stimmt, da haben wir drüber gesprochen. Der Gag ist, wir sind alle in Münster geboren, alle meine vier Geschwister und ich, in der Raphaelsklinik. Und das hat folgenden Grund, meine Eltern haben da beide gearbeitet, mein Vater war Arzt und meine Mutter war Krankenschwester. Mein Vater heißt mit Vornamen Udo und meine Mutter heißt Elke. Also Dr. Udo und Schwester Elke. Dr. Udo und Schwester Elke in der Raphaelsklinik in Münster sich kennengelernt. Und ich hab, glaube ich, bei meiner Geburt, da haben wir schon am Niederrhein gewohnt, also an der holländischen Grenze. Aber ich hab mir gedacht, nee, das ist für den Running Gag. Fahren wir jetzt nochmal nach Münster und bringen den auch noch da zur Welt. Und vor allem meine Mutter hatte ja schon drei Kinder zur Welt gebracht. Das heißt, die wusste, wie es abläuft, die konnte das genau planen. Die gesagt hat, Udo, noch zwei Stunden, dann geht's los nach Münster. Und hat alles geklappt. Und das Weihnachten, ne? Also so viel dazu. Ja, zweiter Weihnachtstag hab ich Geburtstag. Und jetzt nochmal kurz, also die Rollen waren gespielt von Sascha Hehn und Barbara Wusso, für die, die es jetzt im Herparat hatten, das wollte ich nur kurz sagen. Aber das ist wirklich sehr schön. Ja, wenn du, gibt es, hat man ein Lieblingsgeschwister, wenn man so viele Geschwister hat? Ein Lieblingsgeschwister würde ich nicht sagen, aber ich glaube, man hat mit dem einen oder anderen ein bisschen mehr Zeit verbracht. Bei mir war das meine kleinere Schwester, die zwei Jahre jünger ist als ich. Und wir hatten den gleichen Freundeskreis. Und ich fühlte mich als älterer Bruder natürlich auch verantwortlich und berufen. Es gibt eine schöne Geschichte. Ihr heutiger Ehemann und Vater ihrer zwei Kinder, den musste ich mal verhauen früher. Du musstest ihn verhauen? Ja, ja, ich bin sonst gegen Gewalt, aber der hat meiner kleinen Schwester irgendwann mal eine Backpfeife gegeben in der siebten Klasse. Und dann hat mein Vater gesagt, pass auf, Hannes, du gehst noch morgen hin, knöpfst dir den Jungen mal vor. Und dann bin ich zur Nachbarschule, weil die war auf einer anderen Schule. Und dann hab ich gesagt, Clemens. Komm mal kurz mit in die Toilette. Entgegen, wir müssen reden. Und ja, und Clemens war halt so, Clemens kannte dann irgendwie so eine Russengang da irgendwie. Aber das Gute war, ich kannte die auch. Er wollte sie gerade rufen. Er so, Vitali, komm mal schnell. Und ich so, nee, Vitali, bleib mal da. Wir also rein in die Toilette. Ich hab nicht zugeschlagen. Ich hab ihn dann so, wie man das früher noch gemacht hat, so am Kragen, am Schlawittchen gepackt. Und ihr sagt noch einmal und dann gibt's richtig Ärger. Ja, und heute sind sie glücklich verheiratet, haben zwei Kinder. Das ist echt schön. Du machst privat übrigens Folgendes, zumindest laut meiner Recherche. Du magst Fußball, du magst auch Konzerte besuchen, soziale Kontakte magst du pflegen und Dönerkebab. Stimmt das? Ja, ich bin großer Döner-Tester hier in Hamburg auch. Also, wenn ihr Tipps braucht, ich kenne, glaube ich, jeden Dönerladen hier in Hamburg. Ich krieg sogar in einem Krieg umsonst Döner, weil ich irgendwann mal im Fernsehen gesagt hab, da wär der Beste. Ist übrigens ein großes Hobby auch von mir, dass ich mittlerweile in Interviews immer so Namen fallen lache von Dingen, die ich mag. Ich hab auch mal gesagt, ich liebe Senseo-Kaffee und seitdem krieg ich immer Senseo umsonst. Also, äh, feuerfrei, kein Problem. Und zum Privatleben gehört natürlich auch, man muss natürlich über Ina sprechen, denn ich wollte an dieser Stelle sagen, liebe Ina, Müller, Peter, Christian und ich würden dich gern einladen, bitte komm in den Talk dort. Kannst du ihr das sagen? Ja. Ich hab's ja jetzt auch gesagt. Aber, äh, ihr habt auch zusammen musiziert und ich wüsste gerne, ähm, ehrlich gesagt, ich wüsste gerne, wie die Zusammenarbeit ist, weil ihr zwei super erfolgreiche Musiker seid und dann heißt es, ihr sitzt in der Küche und schreibt einfach Musik zusammen. Also singt jeder eine Zeile und dann ist das ein Song. Ernsthaft, wie muss man sich das vorstellen? Also, ich möchte da, ähm, ähm, Worte von Peter Urber mal aufgreifen. Ähm, ich war auch gerne Junggeselle. Also, ich, ähm, es wird auch anstrengend. Ähm, manchmal ist es auch anstrengend. Also, wir, ähm, wir haben, das Schöne ist, das ist unsere gemeinsame Basismusik und, ähm, von daher, äh, kennen wir uns. So haben wir uns auch kennengelernt. Und da versuchen wir uns, so gut es geht, äh, zu unterstützen. Ich war immer Fan von ihr, sie von mir. Von daher macht das die Sache auch einfacher, weil man sich da gegenseitig so ein bisschen bewundert. Und, aber es ist schon so, wir sitzen am Küchentisch und fangen dann an zu schreiben und dann, äh, gibt's natürlich auch, äh, Diskussionen. Ja? Ja, also... Okay, man ist sich einfach nicht einig. Alles klar, ist ja super. Aber wenn man, wenn man jetzt beide die Tantiemen später einstreichen will, dann muss man sich auch am Ende einig sein und dann muss da ein Song stehen. Das stehe ich, also das, äh, das, äh, sehe ich ein. Aber mal zu deiner alleinigen Arbeit mit der Musik. Verarbeitest du, äh, wo kriegst du Inspiration her? Verarbeitest du eigene Erlebnisse? Ähm, musst du permanent raus, um irgendwie dir Menschen anzuschauen? Wie lässt du dich inspirieren? Ich glaube, es ist schon so, dass ich, ähm, gerne unterwegs bin und auch unterwegs sein muss, um eben, äh, äh, die Geschichten auch aufzusaugen, um zuzuhören, was andere Menschen erzählen, was mein Umfeld erzählt. Natürlich hört man auch erstmal in sich rein, gucken, was man selber so aufschreiben muss und los, äh, lassen, loswerden muss. Aber das ist ja nach ein paar Songs auch erzählt. Also man, wenn ich nur zu Hause sitzen würde und über Songs schreiben würde, dann hätte ich wahrscheinlich in drei Songs alles erzählt. Deshalb musst du unterwegs sein, glaube ich, als Künstler oder als Songschreiber und mal ein bisschen gucken, was passiert eigentlich noch so in der Welt. Stimmungen aufgreifen, Gespräche aufgreifen, das kann auch hier heute Abend, äh, am Tresen passieren, dass jemand was Schlaues sagt. Und ich denke, ja, da hat er recht, äh, stimmt. So fühle ich mich auch, das schreibe ich mal auf. Also man muss eigentlich immer die Ohren und Augen, äh, offen halten, um eben Geschichten auch, ähm, ja, schreiben zu können. Und ist das für dich leichter, vielleicht Gefühle über, Gefühle auch über Songs auszudrücken als im Gespräch oder kannst du beides? Paradoxerweise ist es wirklich so, dass ich, ähm, mich eigentlich nur auf eine Bühne setzen kann und dann so vielen tausend Menschen das so spielen kann. Da macht mir das nichts aus, weil ich so im direkten Gespräch, vor allem wenn die Kameras so richtig nahe kommen, vielleicht kannst du noch mal in die Nase fahren, warte, so wirklich schön ehrliche Bilder wollen wir jetzt sehen. Ähm, dann, äh, ist mir das eher unangenehm. Johannes, wir lieben dich, der ganze Laden. Ja, also, wie gesagt, ähm, ich bin da wahrscheinlich auch dann durchschnittlich männliches Exemplar, was nicht immer gerne über Gefühle spricht und, ähm, da braucht man schon einen richtigen Zeitpunkt für. Ansonsten, ja, wie gesagt, schreibe ich das auf, singe darüber oder betrinke mich. Und, ähm, und können wir das vielleicht in der Reihenfolge machen, würdest du jetzt einen Song für uns singen und danach betrinken wir uns noch? So habe ich mir das vorgestellt heute Abend. Das ist so super. Dann gehen wir jetzt zur Bühne. Applaus. Johannes, was wirst du uns singen? Äh, ich singe einen Song, äh, der heißt 100 Leben. Das ist quasi ein bisschen die Geschichte, äh, über, ähm, die erste Hälfte meines Lebens, die ich ja auf dem Dorf, auf einem kleinen Dorf am Niederrhein verbracht habe und die habe ich versucht festzuhalten in ein paar Akkorden. Wunderbar. Und wir hören jetzt, äh, Johannes Oerding mit 100 Leben von der brandneuen LP, Vinyl, äh, Kreise hier bei Talk.dot und es ist, wie er uns gesagt hat, er hat anplagt in dieser Version eine Weltpremiere, zumindest eine Weltpremiere auf St. Pauli und jetzt sage ich, hier ist Johannes Oerding. Applaus. 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 Der erste Zigarettenrauch, dicht gefolgt vom Whisky-Rausch und die große Liebe, die man nie vergisst. Applaus. Am Anfang wollte keiner weg, doch der Name auch wie entdeckt, das Leben hinterm Ortsschild ist. Applaus. 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 Gesamkeit, nie auf Nummer sicher gehen, Tag für Tag Geschwister sehen, jedes Alter hat auch seine Zeit. Wir haben viel erlebt, ne Geschichte, die uns ewig bleibt und haben viel gesehen. Ja, das ist gut für hundert Leben recht, ohne unser Gestern, würde ich mich heut nicht so auf morgen freuen. Ist es nicht das, was zählt, eine Zeit, die gut für hundert Leben reicht, die gut für hundert Leben reicht. Unsere alten Straßen sehen, aus als blieb die Zeit noch stehen, ich fahr noch mal bei euch allen vorbei. Melle ist schon lange weg, Christian bringt seinen Sohn ins Bett und Ben und ich haben eigentlich wenig Zeit. Kurz reingeschaut und viel gelacht, einer meiner Freunde sagt, ich seh aus wie mein Vater, nur mit Bart. Alles so wie immer, so als wären wir wieder Kinder, hier wegzugehen war richtig doch auch hart. Wir haben viel erlebt, ne Geschichte, die uns ewig bleibt und haben viel gesehen. Ja, ja, das ist gut für hundert Leben recht, ohne unser Gestern, würde ich mich heut nicht so auf morgen freuen. Ist es nicht das, was zählt, eine Zeit, die gut für hundert Leben reicht, eine Zeit, die gut für hundert Leben reicht. Wir wissen nicht, was zählt, eine Zeit, die gut für hundert Leben reicht, eine Zeit, die gut für hundert Leben reicht. Wir haben viel erlebt, eine Zeit, die gut für hundert Leben reicht, eine Zeit, die gut für hundert Leben reicht. Ist es nicht das, was zählt, eine Zeit, die gut für hundert Leben reicht, eine Zeit, die gut für hundert Leben reicht. Ich weiß nicht, aber vielleicht stehen unsere Getränke auch noch, dann wird es günstiger. Die Zeilen, ohne unser Gestern, würde ich mich heute nicht auf morgen freuen, die waren mir vorher auch schon aufgefallen, die sind einfach so schön. Die waren eine Eingebung, in welcher Situation, weißt du das noch? Oh, neue Getränke, danke. Du hast was Neues? Ich hab noch mal ein altes Bier hier. Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, der ist aufgefüllt, der Cuba Libra. Ja, es ist ganz spannend beim Songschreiben. Man hat natürlich immer nicht so gute Zeilen parat, also da ist auch ganz viel Verschnitt dabei. Und es ist wirklich die Seltenheit, dass man wirklich es schafft, Songs auch auf den Punkt zu bringen. Deshalb freue ich mich eigentlich über jeden Song, der es eben schafft, mit möglichst wenig Worten das zu sagen, was ich sagen möchte. Aber das ist wirklich auch einer von, das kann einer von 20 Songs sein. Da muss man auch Geduld haben als Songschreiber, weil man schreibt halt nicht, wie Peter schon sagte vorhin. Es gibt kein Rezept für einen Hit oder für einen tollen Song, sondern das passiert manchmal einfach. Könntest du dir vorstellen, auch auf Englisch zu schreiben? Wirst du bestimmt auch öfter gefragt. Zu schreiben auf Englisch? Zu schreiben auf Englisch? In Englisch? Well, you know... Nee, überhaupt nicht. Das werde ich oft gefragt. Natürlich kann ich Englisch sprechen und habe auch ein ganz passables Schulenglisch. Aber die Bilder, die man halt sagen möchte, die Wortspiele, die Metaphern, die Analogien, die kann man meiner Meinung nach nur in seiner Muttersprache so rüberbringen. Gerade wenn man dann doch über, ich sag mal, ja auch über tiefere Themen singt. Ich sag immer, würde ich auf Englisch singen, dann wären das wirklich so Dieter Bohlen-Texte. Das wäre also wirklich so forever, together, tonight, we're gonna be to zweit. Also das will keiner hören und das überlasse ich anderen. Wir wollen es auch nicht hören. Momentan trinkst du Bier, ich Cuba Libre. Trinkt ihr was vor der Show? Habt ihr Rituale vor der Tour? Bald gibt es wieder eine Tour. Das war noch eine rhetorische Frage, oder? Okay, ich tu auch gleich ganz überrascht. Musiker, trinkt ihr vor der Show? Das ist, nein, guck mal, der schüttelt schon auf der Bühne mit dem Kopf, als ob die jemals vor der Show getrunken hätten. Nein, wir sind hochprofessionell. Es gibt nur Wasser, Mondwasser. Doch, wir haben ein Ritual. Und zwar trinken wir seit wirklich über zehn Jahren vor der Show. Und das ist wirklich ein Muster, steht auch in jedem Rider. So heißt das, was die Leute immer kriegen vor Ort. Eine Bühnenanweisung oder auch eine Catering-Anweisung. Da steht drin, wir brauchen Ramazotti. Also, ich weiß, viele Leute rollen mit den Augen. Mittlerweile tu ich's auch. Weil, hätte ich gewusst, dass ich so lange auf Tour bin in meinem Leben, dann hätte ich mir damals, glaube ich, ein besseres Getränk ausgesucht. Jetzt ziehen wir's durch, jetzt ist das Tradition. Und wir bleiben beim guten alten Ramazotti. Und mit genug Eis und ein bisschen Zitrone, dann schmeckt er auch wie was Besseres. Das ist schon okay. Obwohl, warte, Ramazotti ist richtig gut. Schick mir gerne ein paar Flaschen. Ich nehm alles. Hältst du Reden vorab? Hältst du Reden vorab? Sagst du deiner Band irgendwas? Und wenn ja, was? Ja, wir machen, wir haben immer dann so eine kleine Runde, wo wir uns in den Kreis stellen. Dann halte ich so eine Predigt. Also, wir trinken erst Ramazotti. Dann halte ich eine Predigt, wo wir sind, was wir machen. Weil das muss man den Jungs manchmal sagen. Die steigen manchmal aus dem Tourbus auf, haben den ganzen Tag Playstation gespielt und wissen gar nicht, wo wir sind. Denken immer, die würden irgendwie FIFA-Weltmeisterschaft spielen am Computer. Und dann sage ich, ja, pass auf, heute Abend sind wir in Itzehoe und hier passiert folgendes. Hier heißt der Bürgermeister so und so. Und dann sage ich, wir gehen raus und wir nehmen dieses Konzert so, als wäre es unser erstes. Und das ist immer so ein bisschen die Grundessenz der Ansage. Und dann sind wir eigentlich gewappnet, dann geht es los, dann ist man angespannt wie so ein Flitzebogen. Und sobald der erste Ton kommt, dann wird der Pfeil abgeschossen und dann geht es los. Und das ist bald auch wieder der Fall. Das wollte ich unbedingt noch sagen. Und zwar die Tour, wenn ich richtig gezählt habe, 22 Konzerte Ende Oktober bis Ende November und am 25.11. in Hamburg. Und da freuen wir uns drauf, Johannes. Und wir sprechen uns gleich auch noch. Und ich sage schon mal vielen lieben Dank. Zurück zur Bühne. Dankeschön. Peter Urban sitzt bei mir und du wirst morgen Abend wie immer im NDR 2 Studio sitzen. Donnerstagabend ist dein Abend zwischen 21 Uhr und Mitternacht. Bei der NDR 2 neue Soundcheck-Peter-Urbahn-Show. Ja. Ist das richtig? Ja, die haben irgendwie seit letztem Jahr das in meinen Namen umgewandelt. Ich weiß nicht, was sie sich davon versprechen, aber es ist eine Sendung mit neuen Veröffentlichungen, neuen Alben, neuen Singles, neuen Dingen. Und da kommt nur rein, was du hörst und bestimmst das auch? Oder gibt es da wieder eine Musikredaktion, die sagt... Das kann ich bestimmen. Also als sogenanntes Urgestein, als alte Legende und Veteran, da darf ich das selbst bestimmen, ja. Und ist das ein Unterschied, das, was bei dir zu Hause auf dem Plattenteller in den CD-Apparat oder in irgendeinem Abspielgerät kommt und das, was du auf NDR 2 präsentierst? Oder ist da die Schnittmenge schon sehr, sehr... Die Schnittmenge ist sehr, sehr groß. Also ehrlich gesagt höre ich sehr, sehr wenig Privatmusik, weil ich so viel hören will und muss. Weil um eine Sendung vorzubereiten, ich mache ja auch noch Sendungen auf NDR Info, den Nachtclub, da hört man so viele neue CDs, dass zur genüsslichen, lockeren Runde im Wohnzimmer, um Musik zu hören, eigentlich gar keine Zeit ist. Da schaut man lieber einen Krimi oder sowas. Also ich bin eigentlich nicht jemand, der ganz viel Musik hört, aber ich mache schon, habe in letzter Zeit gemerkt, dann hole ich mir doch mal wieder was raus, um das mal aufzufrischen. Denn oft verändern sich ja auch die Hörgewohnheiten und man denkt, ey, das fand man früher toll und heute hört es sich dann doch nicht so spannend an. Das passiert schon, aber oft findet man auch, ey, ist ja immer noch geil. Aber gibt es so Mails und Anrufe, Urban, bring mich in die Show, bring mich in die Show, ich geig dir was oder so? Ja, was? Geig mir was? Das gab es früher mal, also das ist ein bisschen, das ist 30 Jahre her. Aber nein, nein, es gibt natürlich Anrufe, ja, die Leute wollen gerne kommen, zum Interview oder so, ich kriege natürlich Mails und so, kannst du nicht das mal spielen und das mal spielen. Ja, aber das sage ich schon, ja, aber es muss auch schon irgendwie dem Standard entsprechen oder so, man kann ja nicht alles machen. Insofern, da muss man auch mal Nein sagen. Ja, das ist ja das Credo von Oerdinge und anscheinend auch von dir ab und zu. Nein, hast du nicht gesagt bei so großen Interviews wie mit Keith Richards, mit Harry Belafonte, mit Rod Stewart, mit Yoko Ono. Die Liste ist endlos, meine Damen und Herren, die könnte ich ewig weiterführen. Die Stones kommen ja jetzt in den Stadtpark. War Keith Richards so ein Hauptinterviewpartner, wo du sagst, der bleibt mir ewig in Erinnerung oder wer bleibt dir denn im Herzen? Also, der ist einfach so ungewöhnlich gewesen, der war einfach so bereit zu erzählen, der hat eine Stunde lang runtergeredet, hat dabei mindestens eine halbe Flasche seinen Bourbon Whisky getrunken, zwischendurch ist nochmal wieder rausgerannt, hat sich erfrischt oder weiß Gott, was er gemacht hat, die Hände gewaschen. Aber jedenfalls ist er zurückgekommen und hat dann noch feuriger erzählt. Das war damals eine Zeit, wo die Stones eine Krise hatten, wo er einen Streit mit Jagger hatte. Er hatte ein Soloalbum gemacht und dann ging es die Auseinandersetzung. Jagger, Keith Richards, die waren damals so ein bisschen auf Kriegsfuß und diese Geschichten zu erzählen, das war einfach großartig und das war grandios. Ich habe ihn dann zwei Jahre oder anderthalb Jahre nochmal wieder interviewt, er konnte sich dann nicht so richtig erinnern, aber trotzdem, das ist ja auch nicht ungewöhnlich bei jemandem mit dem Konsum, aber er ist einfach ein geiler Typ, er ist einfach ein unheimlich authentischer, toller Typ. Aber das war wirklich toll. Also, was natürlich auch in Erinnerung bleibt, sind so Sachen mit Harry Belafonte, der war erstens mal ein superfreundlicher und hochintellektueller und toller Mann, der einfach menschlich auch so groß war. Also, da gibt es wunderbare Geschichten, selbst die überall angefeindete Yoko Ono war einfach toll. Das war ein Jahr nach dem Tod von John Lennon und sie hat so zart und so mitfühlen und auch so interessiert geredet, also da war überhaupt nichts zu spüren von irgendwelcher Zickigkeit. Also, insofern, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie man die Leute anspricht, ehrlich gesagt. Also, wenn man gleich mit dummen Fragen ankommt, dann kriegt man dumme Antworten, das ist ja meistens so. Alles gut, Peter. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ruhig, Brauner. Also, viele, viele Menschen, die du über die Jahre begleitet hast und hoffentlich auch in den nächsten Jahren wirst. Wir werden natürlich morgen Radio hören. Du selber bist, wir haben es auch gerade von Johannes gehört, super Musiker, hast ja auch eine eigene Band, die Band Bad News Reunion. Was für Musik macht ihr? Also, der Anfang dieser Band war mal ein Konzert mit Abi Wallenstein, ein uralter Freund von mir. Das heißt schon Blues- und Soulmusik. Aber dann gab es einen anderen, zweiten Singer-Songwriter, der da mitspielt. Der spielt sowas, was man heute so West Coast Musik genannt hat. Also, einfach Songs, hervorragende Songs, ein paar Cover-Versionen. Es ist eine Mixtur von Stilen. Insofern kann ich immer nicht genau sagen, was für eine Musik. Ich hasse auch diese Schubladenpackerei. Also, in Deutschland ist das ja sehr beliebt. Das muss schon genau da reinpassen. Sonst kann man nicht über, man muss auch über den Tischrand mal gucken und einfach sehen. Musik, die einfach einem Freude und Vergnügen macht und die einem wirklich was gibt und die den Leuten was gibt. Wie oft probt ihr denn? Wir proben im Moment gar nicht, weil wir im Moment kein Konzert geplant haben. Das wird erst wieder Anfang nächsten Jahres stattfinden. In diesem Jahr hat das aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Aber dann treffen wir uns und üben, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen und üben neue Stücke ein oder frischen alte auf. Und dann spielen wir nächstes Jahr, wenn wir wohl in der Fabrik spielen, zum 40. Jubiläum dieser Band. Sag mal, wollt ihr nicht, weil heute ist ja auch so, wir fragen immer gerne, warum. Wollt ihr nicht auch mal bei TalkNord spielen? Das müsste man sehen. Seid ihr zu teuer? Wir sind nicht teuer, nein. Es gibt einen Getränk extra. Nein, es ist ehrlich gesagt die Zeitfrage. Es ist ja so schon, den Hühnerhaufen zusammenzukriegen, ziemlich schwierig, weil zwei sind professionelle Musiker, die sind dauernd auf Turnier, sind nie da. Insofern wird es schwierig, sag ich mal so. Aber man könnte vielleicht drüber reden. Ah, das ist irgendwie, das Hoffnungsvolle ist mir lieber. So, da muss ich gleich nochmal notieren mit Peter Urban wegen Lissabon nächstes Jahr. Genau. Und dann auch noch das mit der Band bei TalkNord. Wir haben wirklich sehr viel zu besprechen, lieber Peter. So, du hast gerade gesagt, was dir wirklich, und das haben wir in unserem Vorgespräch ja auch wunderbar gehört und da mussten wir Astrid und ich ja so wahnsinnig lachen. Übrigens alles zu sehen auf talk.de, kann man auch machen, Clips und so weiter. Du hast es auch gerade gesagt, dieses Flache in den Interviews und du hast dann angefangen Monolog zu halten, als wir uns getroffen haben. Und am schlimmsten sind die Leute, die dann fragen, was ist deine Lieblingsfarbe und so weiter, ne? Ja, das habe ich mal erlebt irgendwie in so einem Eric Clapton oder so. Da gibt es so Interviews, die auch Roundtable-Gespräche heißen. Da sind dann fünf, sechs Journalisten auch von, ich will jetzt nicht irgendwie negativ klingen, aber Frauenmagazinen oder von irgendwelchen anderen gesellschaftlichen, aber nicht Musikmagazinen, die dann Fragen stellen, wo du denkst, hallo, haben die schon mal von dem Mann was gehört oder haben die überhaupt dessen Platte gehört? Wissen sie, wer das ist? Aber die Lieblingsfarbe, wollen sie wissen? Die wollen sie wissen. Im Übrigen hast du uns die beim Vorgespräch nie gesagt. Habe ich nicht? Und jetzt ist es soweit. Peter Urban, welches ist deine Lieblingsfarbe? Ich würde sagen, dunkelrot, Bordeaux. Bordeauxrot, gibt es einen Grund? Ne, es ist einfach, weil es schön ist. Weil es schön ist. Warm, schön, einfach gemütlich, fein. Ja, so ein bisschen wie Talk-Dot. Wir haben übrigens auch rot in unseren Farben. Siehst du? Deswegen sitzen wir da. Und ich könnte noch stundenlang mit dir sitzen, werde das aber jetzt nicht mehr tun. Ja, ich könnte noch stundenlang Anekdoten erzählen, auch vom ESC. Ja, oh Gott, stell mir vor. Das vergisst man immer. Und da gibt es mal so lustige Dinge auch. Hast du noch einen zum Raushauen? Einen zum Raushauen, ja. Eine lustige Anekdote, nehmen wir noch. Da kam eine Sängerin aus Rumänien, das war irgendwann Ende der 90er Jahre, die waren gerade erst dabei. Die hatte eigentlich nichts an. Die hatte irgendwie... Aber das ist doch... Die hatte so ein durchsichtiges Teil an, aber man konnte eigentlich alles sehen. Aber das ist jedes Jahr in Rumänien. Ja, in Rumänien nicht mehr so. Aber damals war es... Die mussten damals, als sie neu dabei wären, wirklich alles zeigen, um wirklich zu sagen, wir sind auch auf dem Tablett. Wir sind jetzt auch hier. Und dann habe ich nur gesagt, ja, also so haben wir uns die Öffnung nach der... So haben wir uns die Öffnung nach dem Zusammenbruch des Ostblocks eigentlich nicht vorgestellt. Also solche Dinge kann man dann immer mal raushauen. Ja, du hast auch irgendwann mal zu einem etwas beleibteren Sängerin gesagt, eine runde Sache. Ja, ein runder Beitrag aus Malta. Und dann gab es aber böse Worte von... Ja, das ist eine runde Sache aus Malta. Das war eine wunderbare runde Sängerin in einem runden Kreis von Kerzen. Und da habe ich gesagt, ein runder Beitrag aus Malta. Das war wunderschön. Und da kam der... Da kam echt ein Brief. Ein Brief. Ein Brief. Der Verband der dickleibigen Menschen. Es gibt es. Der Verein der dickleibigen Menschen Deutschlands hat also sich schwer beschwert wegen Diskriminierungsvorwürfen und so. Und ich... Das war nicht meine Absicht. Aber es gibt Leute, die verstehen wenig Humor. Das stimmt. Wir nicht. Wir sind so froh, dass du heute Abend bei uns bist. Peter Urban ist unser Gast bei Talk. Auf und an die Tür! Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis bald. Wir treffen uns gleich nochmal beastet. So, Teile der Gruppe haben sich wieder zusammengefunden. Gerade sagt Michaela mir ins Ohr, das könne ihr auch passieren, solch Ausrutscher, wenn es... Ja, also ich finde es so herrlich, wo Peter eben sagte, ich geige dir einen mit der runden Sache. Ich finde es so toll, wenn man manchmal spricht und dann erst denkt. Aber das ist auch so menschlich und mir sind auch schon so Sachen rausgerutscht, wo ich nachher gedacht habe, oh Gott, lieber erst mal denken, bevor man spricht. Aber auf der anderen Seite ist es auch so sympathisch. Total sympathisch. Johannes, sprichst du auch mal, bevor du denkst? Ich habe, ja, es gab einen Vorfall, wo ich wirklich mal vor 10.000 Leuten auf einer Bühne stand, auf einem Festival und dann auch sagte, ja, der nächste Song, ich bin ja schon ein bisschen älter geworden und alle schon so, oh, ja, er ist so alt, ja, ja, okay. Ich habe gesagt, ja, aber ihr ja auch, das sieht man und dann wurde mir erst vier Minuten später klar, dass es eine 1A-Beleidigung war für die Leute in der ersten Reihe, die ich gesehen habe. Aber so ist es halt. Peter krakiert sofort, ja, ja, klar ist es das. Da muss man manchmal so aufpassen, aber gerade wenn man spontan ist, da rutscht einem manchmal einer raus. Ich weiß, einmal in Kopenhagen, da haben die Veranstalter Feuerwerkskörper vor unseren Kabinen gezündet. Also, toller Gag, dachten die, ne? Nur, es war auch die Zeit, wo es auch schon mal Anschläge gab. Und ich habe mich so erschrocken, da explodierte was vor meinem Fenster und ich habe mich so erschrocken, habe ich mir gestehen, fucking hell, wollt ihr uns umbringen oder sowas? Also, Aufsendung, ne? Und das war natürlich, ähm, mh, aber gut, es war einfach spontan und ich habe mich echt erschrocken, das war wirklich kein Witz. Da war der Ende ja wahrscheinlich böse. Hubert, sprichst du manchmal, bevor du denkst? Ja, das kommt schon mal vor. Also, ich mache das durchaus, aber wir können das ja tatsächlich auch auf den Schiffen dann als Hellücht verkaufen, dann ist das nicht so schlimm. Und wir müssen auch dann keinen beleidigen. Ich glaube, bei uns nimmt man das eher ab. Aber, äh, ja, das passiert schon. Gut, ja, noch kurze Frage nach den Lieblingsfarben, das möchten wir jetzt von allen wissen. Johannes, deine Lieblingsfarbe? Äh, blau. Ja! Michaela? Ja, meine auch, ja. Rot? Hey, Michael und Johannes haben was gemeinsam. Und Hubert? Ja, es gibt so einen ganz dunklen Blau, wo sie ausmachen, was ich ganz toll finde. Ich kann mit Rot nicht, das, ich finde dunkles Marineblau super. Toll, alle finden es toll, es gibt Applaus für die Farbe, Leute. Na, wir haben ja schon gesagt, Bordeaux Rot, ne? Bordeaux Rot, Bordeaux, ich hab schon dunkelrot gesagt. Also, ich frag mich jetzt, ich wollte eigentlich noch was ganz Seriöses aus euch rausquetschen. Eigentlich wollte ich mit euch über Beziehung sprechen. Aber wir können ja erstmal, ach, wisst ihr was, wir klemmen mal zwischen den ersten Kuss. Weil, ähm, ihr seid alle so seriös in langen Beziehungen. Und wenn ich euch jetzt danach frage, was das Geheimrezept ist, dann enden bin. Vielleicht frage ich es noch. Aber, ähm, könnt ihr euch an euren ersten Kuss erinnern? Also, ich hab übrigens, mein erster Kuss war mit einer Freundin zusammen und zwei Jungs. Also, jedes Mädchen küsste jeden Jungen, jedes Mädchen küsste einmal jeden Jungen und umgekehrt. Aber ich küsste nicht das Mädchen. Also, es war hinter der Turnhalle am Matthias-Claudius-Gymnasium. Und es wurde vorher per Zettel verabredet im Unterricht, gebt ihr uns einen Kuss. Und dann haben wir Ja angekreuzt und haben uns später hinter der Turnhalle getroffen. Und das war also so ein Viererkuss. Und Hubert? Nee, ein Viererkuss war das bei mir nicht. Das war sehr spät. Ich kann mich dran erinnern, da war ich auch gerade 18. Und in die Person war ich dann auch sehr verliebt und das hat auch ganz unglücklich geendet. Aber ich weiß noch genau, das war auf Norderney. Das war auf Norderney. Ja, das sind die Erinnerungen für die Insel oder auf die Insel. Müsste ich mal wieder hinfahren, gucken, was da los ist. In Erinnerung. Michael, dein erster Kuss war ganz schrecklich. Ja. Er war der beste Freund meines Bruders und ich war natürlich total verknallt in ihn. Er hatte natürlich keine Ahnung, wie alt war ich, glaube ich, 13. Und es war dann auch im Zimmer meines Bruders und es war irgendwie nur so feucht und schlapprig und irgendwie nicht schön. Nicht schön. Hat dein Vater deinem Bruder gesagt, er möchte den Jungen verhauen? Nein, hat er nicht gesagt. Ich bin auch nicht mit ihm zusammengekommen. Es hat nicht funktioniert. Okay, Johannes, erinnerst du dich? Ich erinnere mich deshalb sehr gut, weil ich dieses Mädchen in dem gerade eben gehörten Song 100 Leben verarbeitet habe. Aber sie heißt Melanie und Melle heißt es in der zweiten Stunde. Melle ist schon lange weg. Das war Melanie Rethans. Das war bei uns auf dem Dorf. Die gibt's noch. Die wohnt jetzt in Köln. Ist bis heute meine beste Freundin eigentlich. Das ist der Gag an der Sache. Das ist jetzt so, also mein erster Kuss ist so ein Jahr her. Und da habe ich mit ihr, ja, da haben wir, dann bin ich ja mit Ina zusammengekommen und da haben wir gesagt, das müssen wir aufhören. Grüße an Melanie. Das ist einleuchten. Peter. Also bei mir, sie hieß Marianne. Ich weiß es noch. Ich war 16. Aber feucht und schlabbrig war es noch nicht, weil irgendwie, ich wusste gar nicht, wie das ging. Es ging nur irgendwie Lippe auf Lippe und sie wusste es auch nicht. Und dann war das irgendwie ganz harmlos. Den richtigen schlabbrigen Kuss, den kriegte ich dann erst mit 18 nach dem Abitur mit unserer Klassenältesten, die dann uns mal eine kleine Nachhilfestunde gab. Nein, nicht der Lehrerin, aber der Mitschülerin, die aber drei Jahre älter war. Das Schöne ist, wenn Peter davon erzählt, dann klingt das gleich wie so ein Schlagertext, weil so, sie hieß Marianne, ich war 16 und so weiter. Es war schlabbrig. Vielen herzlichen Dank. Das Thema ist super. Wir diskutieren später weiter. Ich hoffe, ihr habt Getränke, viel Alkohol, denn das werdet ihr gleich brauchen. Und warum, das verrät euch Peter auf der Bühne. Ja, denn bei mir steht Minderheinz und die Tontauben. Und da kann man nur sagen, lieber doch nicht Alkohol trinken, denn auf diese Texte muss man hören, lieber Minderheinz. Du bist jemand, der schon ganz früh angefangen hat mit Texten. Wann ging das denn los? Mit 14 und 15, circa. Mein Vater hatte eine Rock'n'Roll-Band. Der hat immer, die Instrumente standen alle im Keller, da konnte ich rumprobieren. Und ich war in der Pubertät und konnte schreiben. Ich war Schule. Ja, dann habe ich gleich losgelegt. Gleich zu den ersten zwei Akkorden hatte ich gleich einen Text fertig. Und hast du mal durchgezählt, wie viele du jetzt Texte schon geschrieben hast? Nein, weil es gibt auch mindestens 1500 angefangene Texte. Welcher Song ist fertig, welcher nicht. Also, nee. Ich schätze mal, 800 Stücke werden es bestimmt schon sein. Eins davon hören wir gleich. Minderheinz ist der Gang-Chef, sag ich jetzt mal so. Am Kontrabass ist Andrew. Hallo und herzlich willkommen, Andrew. Herzlich willkommen. Michael ist an einer umgebauten Schuhbox, oder was soll das sein? So ungefähr. Also, genau, die Schuhe hat er auch gerade an. Und an unserem Keyboard steht der Winchester. Gerade noch bei uns in der Hausband und jetzt schon bei Minderheinz und die Tontauben. Und du bist auch der Produzent der Platte, richtig? Was hast du da alles zu tun? Warum diese Platte? Die Platte, weil die Songs gehört werden müssen und produziert habe ich das, weil... Das war sonst zu teuer, wenn die anderen Leute das alle gespielt hätten. Was hast du denn alles genau als Produzent zu tun? Was macht man da? Oh, man achtet da drauf, dass der Künstler immer genug Kaffee bekommt. Und man holt den zu Hause ab. Also, eigentlich muss man den erst mal aufwecken und dann muss man Kaffee kochen. Um wie viel Uhr? Bei Anbruch des Mittags, sag ich mal, glaube ich, heißt es so. Und ja, dann fährt man langsam ins Studio und dann schreibt er die Texte noch fertig. Dann muss er das irgendwie... Nee, bei Schraub ist das ganz einfach. Ganz einfach, der singt das und es ist sofort genial. Wahnsinn. Und da wollen wir natürlich jetzt eine kleine Audio-Probe, eine Hörprobe hören aus ihrem Album. Ich hoffe, es ist aus dem Album Lieder aus dem letzten Loch. Ja, daraus pfeifen sie jetzt nämlich. Lieder, ja, das heißt wirklich so, Lieder aus dem letzten Loch. Ein Titel, der passt auch wahnsinnig gut zu Astrid und unserer Talkshow, Laufende Kosten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Talkshow auf der Tür. Tschüss, wir sehen uns! Wir sehen mal! Minderhainz und die Torddauben! Tschüss! Oh no! Ich hab dünne Schadstoffarme und auch dünne Eisbeinbeine und abgenagte Fingernäbel vom Konsum an der kurzen Leine Lauf auf dem Energiespargang zum angespannten Arbeitsmarkt und glotze in die hohne Röhre als Lebensfreude imitant Laufende Kosten, ich renne hinterher Stromzähler knacken, wie schnell Feuer, Gewehr Heizkörper, Regler, Raft ist zugedreht, ist das Portemonnaie voll Ehre Weggeweht, weil nichts mehr geht Ja und weil auf meiner Stirn wohl ganz groß Verlierer steht Oh no, oh no 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 Oh no no no, oh no 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 Oh no, oh no 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 Oh no no no, oh no 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 Ich mach große Regenbögen, um angebotene Schmuggelware und Steuerschuld Richtung Abt, gließt auf 120 Jahre Ich spüle nach dem dritten Gang Das Wasser geht zurück zum Werk Hinnab den schmalen Erdbrühe Bis rauf zum Schuldenberg Yeah Laufende Kosten, ich renne hinterher Stromzähler knacken, wie schnell Feuer, Gewehr Heizkörper, Regler, Kraft muss zugedreht Ist das Portemonnaie voll Ehre Weggeweht, weil nichts mehr geht Ja und weil auf meiner Stirn wohl ganz groß Verlierer steht Oh no, oh no 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 Oh no 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 Oh no 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 Oh no 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 Oh no Oh no. Oh no no. Yeah, hold on. Oh, no. Oh no 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 no, oh no no no, oh no no no, yeah, yeah, yeah